gut verspätung aber es geht auf gehts viel mehr spät als nicht genau wie runden haben wir zwei in runden zwei runden zwei runden deswegen von der konzentration 24 grad von bauer zu danke die traktemperatur ist die krisen einstiebziger werden ich war alles ein bisschen doll ein dollar ein dollar pro stunde Wartezeit. Heilbrecht. Motor. Camber. Speedland. Und jetzt hab ich nichts gefunden, was noch kommt. Ist noch ein Xtremen aber drauf hier, eh nach... Slipstream ist auch dabei. Ach, geil. Ah doch, da. Genau. Starten wir wieder. So, Konzentration für Tim. Ich versuch erst mal ne Zeit zu setzen. Ja. 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 Kommen wir gerade an. Hast du den Dings eigentlich? Ja. Eigentlich ja, aber er schaltet gerade nicht um. Ja, das macht er da eine Runde. Ist auch schon oval. Nee, ich spiel da keine Rolle. Lass ihn sich konzentrieren. Ja, das war doch. Ja, ich versuch es nicht. Ja, ich versuch. Ja. Ja, ich versuche es nicht so. Ja. Ja, ich versuche es nicht mehr. Ja, wir sind noch nicht locker. ich glaube ich nicht ganz so schlecht die runde 43 wahnsinn platz eins erst mal ja 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 ich ja ich habe mich riskiert top zeit 43 platz 2 top 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 engelchen grüß dich endlich online genau endlich geht's los fährt eine 42 naja hallo christopher bist du dem team hoch beigetreten feuer ja ja ich bin jetzt beim sim starting alles klar jetzt habe ich nämlich den umblick wo du sagst du siehst gerne teams dann hätte ich noch gar nicht ja stimmt auch wieder ist ja egal man nicht weiß alles ein bisschen länger heute wir gehen runter jetzt ein paar minuten würde ich sagen dass wir bei der ohr haben dann ja ziemlich dann einfach krank oder so da muss ich noch mal vollbild und heute machen wir sind wir sind noch stellen wir sind still kann auch drauf bleiben müssen wir sind wir sind eh still am anfang jetzt einfach nur dass eine person sagt zum beispiel jetzt meff meins worte ist sozusagen und das nicht dazwischen geredet wird so für die erste 12 runden und dann genau das ist ja immer gehalten angesagt die meisten dieser wird so werden da darf ich ja reden erzähle euch nachher ein paar gute nacht geschichten wenn ich fahre nicht dass du ein schläft noch von den geschichten oh speed lane noch mal verbessert auf eine 40 4 die sind da ist nur ein auto dazwischen waren die vorher schon die haben vorher eine 40 4 schon gesetzt gerade hat sich verändert habe ich gerade gesehen ihr habt vorher war eine 40 5 oder 6 ok aber hat nichts an der position gerne ich meine die waren vorher vierte so weit genau genau aber komm mal abstand zwischen zwei und drei 46 46 war die erste runde und 40 für die zweite runde ist ja jetzt scheiß egal konzentrieren uns und dann passt das du konzentrieren ich fahr jetzt ein stint und dann wechseln wir fahre oder falschen doppelst du möchtest oder wir gucken einfach wie das rennen sich verläuft und dann vielleicht falschen doppelst du behalten die reifen weißt du und dann zweitest sind geh ich dann sagen auf später nicht autowächswechslereifen ich bin einfach spritt drin alles noch mal bitte alles ja gut luck we finally got in ein bisschen schlitter haben wir einen mit der einen mit der fünf hr we finally all made it good luck everybody rock and roll have some fun bis zur ersten kurve and uh let's put on a good show we got twenty four hours start up 28 car i am taking it easy into one i'm on the out meff kann schon reifen rausnehmen und dann haben wir das ja yeah thanks grego let's just get let's get to the first couple laps so gut genau richtig genau richtig gut wenn ich die reifen reinknallt oder so was we're not gonna win it then let's just be cool take it easy big fuel kultiess dann können wir noch kurz vor boxen stop gucken wenn ich reinfahre oder so gut luck everybody let's have a good one bist du nervös musst du thanks for all being here we survived flipper sahne ja jo gerade gewechselt nachdem ich auf toilette war naja kurt schüren halt also du bräuchst du brauchst ein bisschen mehr ich habe hier ich habe hier ein neues set gekauft gut luck tim schreibt englchen das ist nicht die frage halten sie den abstand 7 muss der erste besitzer sagen der erste der niedermotet im endeffekt aber 27 geht es ist auch schon krass wenn ich erst mal durchs feld kommt gut luck guys du hast das zu tun ja und das wird dann im laufe der sehre aufhören du hast immer irgendwie ein lmg klar aber da kommen dann alle auf einmal weißt du das erste mal überwunden ist so als wenn du irgendwie das erste mal wieder raus hast oder sowas so du musst dich erst daran gewöhnen okay er kommt jetzt in lmp2 der sticht auch mal da rein der vor mir ist gar nichts gespawnt der stadt aus der boxengasse geld rollt an ja der form lmp2 27 start aus der boxengasse toi 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 mach ganz ruhig du bist schnell genug gerade erwartet der führende wartet bei uns was ist gut musste ja auch oder wäre auch besser weil 27 da passiert vielleicht höchstwahrscheinlich in der ersten kurve was richtig nervös der dritte ja 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 war die reifen nicht ablettern ein bisschen gerne gleich die formel waren ist egal wenn sie auch damit für das gefühl für das gefühl was macht denn der abdisch und grünen oder warum haben wir rücker denn der abdämmen gut okay jetzt gehen wir okay michael get ready gut der netz schon vorbei und dann hinter dir gut der gelbe fährt aber dicht ruf da gut 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 naja gut 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 aus mal das liegt alles frei vor dir links des seiner war ist noch abstand links bei einem endfilter dann war doch berichtet geld in dem fall ja nach vorne dass das ist viel zeitlich gestaltet knapp 56 in zusammen mit die lmp 2 und gt 54 von mir sagt er 53 a tv LMP kommt, LMP kommt, LMP rechts vorbei Streckentemperatur einmal bitte 23, kalt schön kühl 10 in 10, turn 5 Ok, mal wieder Bug, jetzt ist wirklich nichts Ja, ja, ja Ja, ja, ja 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 LMP steht LMP steht Links, ja, alles Neben der Strecke noch Er ist nur zurückgefahren, deswegen Er ist nur zurückgefahren, deswegen Wir müssen gucken, dass wir im Infield den Hintermann abhängen, weil sonst kommt der immer wieder ran Naja, Porsche ist aber im Infield ein bisschen stärker Dramatis Dramatis Der Er ist nur zurückgefahren Schj vi letzte runde hat 1 40 00 sehr sehr schnell das ist das gute ich habe doch dieses nichts gemacht mir auf dem handy der sich die streckenkarte das ist praktisch wir können der lmp ist jetzt überziehen bist du jetzt auch da klar hat man hier alles geklappt sie muss aufpassen dass ich damit den angriff 5 sekunden hinter mir lmp 2 es dauert noch eine dreiviertelrunde bis etwas es ist alle über ihr keep your exit speeds up stay smooth es ist ein fester kart approaching Der Apto Soto ist nach hinten jetzt 0.9 Saubere rausgekommt, Saubere rausgekommt Er hat ganz ein bisschen ausbauen und Sascha ist, äh Dennis ist relativ nah an dem Soto dran, er kann ihn wahrscheinlich jetzt unter Druck setzen Abstand 08, das hat viel Zeit Der L&P ist 1.07 in der Wege, aber der ist nur der Wind ist die Beine deswegen Ah, der wird im Infield anklopfen, mehr aufpassen Der Infield wird nicht mehr Was ist denn los bei dem, der hat jetzt über 2 Sekunden wieder Er fällt vielleicht ruhig und will uns das gar nicht zerstören Nö, der kann das Ding nicht so fahren, hat sich schon jeder verbringt Immer wieder, ja So mal 1,2 Zehntel, dann hat er keine Wind schaffen Bei dir, der ist, ähm, ne Runde zurück, ja, Tim Okay Boah, aber hat sich nun selber rausgekommen Wieder 1,1 Zehntel gerungen Wieder 1,1 Zehntel gerungen Jetzt wird er keinen Windschatten mehr kriegen Na, doch noch leiten Man muss schon 1,2 weg sein, dass er keinen Windschatten laschen kann So, LMP ist an dem hinter dir vorbei, der wird dich auch noch holen Macht jedem den Fall, oder? Ne, er geht raus, er geht raus, er geht raus, er geht raus, ja Schau mal Alter, wie fährt der? Boi, boi, Tim Er hat jetzt 3 Runden gebraucht, um an euch vorbeizukommen Das musst du deine Frage beantworten Okay, Michael Das liegt bis zum Erwahl, irgendwie an ihm dran zu bleiben, dass du nuschen kannst Jetzt wieder mal direkt Ich bin froh wenn er so weit geht Du bist da, beating Sie trotzdem viel, sehr weit hinter dir Ich bin froh wenn er so weit kommt Du dreigst du deinen der Weg Du bist ein Idiot Du, 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 du Tipp, du, du du, 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 du? Ich bin froh wenn er so weit kommt Du bist so weit, du, 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 du Kommt noch ein LMP-2? Naja, der wird dich aber nicht mehr für die Schikane geben. Erst nach der Schikane. Erst nach der Schikane. Ja, nach der Schikane ist er direkt dran. Dadurch bist du jetzt 1,3 Sekunden weg. Super. Du kannst dich jetzt noch schön naschen, naschen mehr. Genau, und dann naschen auch von dem hier. Puh. Ihr 1.3 habt schon 7 Sekunden Vorsprung vom 4. 2.3. Papi. Puh. 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 Deine letzte Runde war gerade gesagt nicht 41.8 und der hinter dir ist ne 41.8 gefahren die sind genau gleich schnell Copy Wo ist der führende LMP2? Der führende LMP2 der ist mitten in dem Feld von den GTE Der führende LMP2 ist jetzt 1.2 Hielt noch auf der Wand zu Das fällt jetzt aufs Oberhau Höhen wieder gut raus gekommen 41.3 Dann hinter Mann 41.3 Oh 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 1 1 1 2 1 2 3 4 4 4 Ok, ja. Körbleib oben. Kostet euch halt ein bisschen Zeit jetzt, aber egal. Wie der Calibra, die Lackierung von dem. Ein bisschen. Zeit jetzt wieder aus dem Ball drauf. Good. Und der Rad. Check oder? Dank lan. Oha. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Fünf ungefähr fünf Runden lang wird der LMP ankommen. Ich denke weniger, aber es ist egal, wenn ich... Ich bin jetzt mit der Zeltkirche Ich bin jetzt mit der Zeltkirche Soto, behind is now, 0.9 In kurzem Zeit, 1-5-7 Ja, da ist es, da ist es, da Hey Alexi, I appreciate it, but if you just hold your line, it's easier for us Ja, wahrscheinlich auch die Windschatten Ja Verlitt aber jetzt ganz schön die Zeltkirche Ich komm halt Ja, zwei Runden, zwei Runden, dann ist er an der Rand Ich komm weit So, Abstand zwei Sekunden So, LMT Komm gleich Ja, eine Runde noch Okay, four left Einfließen zu. 42 Troops, diese Gründe gewinnen die nach unten Copy So high So LMP kommt jetzt wieder Ja baum, hier ist so fucking Teamcat So, kein Abstand, fünf Sekunden noch Shit Ist jetzt auch auf dem Moral Wieviel sind das? Hat der ein bisschen Abstand zum nächsten oder? Nö, die sind Thank you Ein, zwei, drei, vier Drei oder vier sind das Okay Okay Aber zwischen denen sind auch Also es kommen zwei direkt hintereinander Und dann ungefähr anderthalb, zwei Sekunden Und dann kommen die nächsten Drei, sieben noch ist er aber Ja, ich denk der erste wird mich zur Wahl kommen Ja, der erste wird mich zur Wahl leuen Du musst erstmal an den anderen Beinen vorbei Ja, und sie sind zwei Stück hintereinander Okay, Michael Okay, Michael That's good consistency Keep it up Und da sind, glaube ich, sogar zehn Kollegen Oh 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 Der wird dich jetzt nicht mehr vor der Schikane holen. Hey, thank you, number two. Umso besser. Ja, die sind... ...dicht beieinander, die würde ich zusammen gleich durchlassen, wenn sie ankommen. Ja, komm, nach der Schikane gehen beide vorbei. Ja. Perfekte Situation eigentlich. Was? Das ist die Eier. Ja. Bleib schön unten. Der ist vorbei. Dritte wird vielleicht drittes. Könnte eng werden, ja. Ne, ne, schockt er nicht, oder? Hey, Beamer, you need to stay up high, homeboy. Or low, pick land. Wenn du hoch gehst, oder? No, der kommt links. Perfekt, super, 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 super. Ja. Ja, in dem ersten Design, sehr schick. Der L&P. Dann kommt gleich noch einer, ja? Okay. 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 No, it's all good, man. I just didn't want you to ruin two people's race, uh, ruin your race. All right. Same time. Geht nach außen. Geht außen. Geht außen. Geht außen. Geht außen. Geht außen. Immer nach außen. Steck zurück. Ne, wahrscheinlich wird's eins stechen. Ja, links. Oh, links. Kannst da loschen kurz. Perfekt. Schönen, sehr schön, sauber. Ich bin extra ein bisschen auch früher auf die Bremse hier gegangen. Ja, ist doch toll. Das ist doch toll. 3,9, links der L&P. Die letzte Rundezeit war 41,1. Und dahinter der 1... Äh, 42,1. Wieder eine Sekunde gegangen. Jo, Sekunde schneller bist du. Als die beiden hinter dir. Okay. Stimmt auch wie bei überrundeten. Weil die Hupenpositionen hatten und die Spülter. Aber egal. Dass wir besser überrundet werden, oder? Die besseren. Wir sind gleich wieder da. Ich bin jetzt auch mal grad weg zum Abendessen und so. Ihr seid ja grad noch, ja... Alles gut. Sind ja genug Fahrer da, sagen wir mal so rum, ne? Hold up. Bis später, Junge. Viel Erfolg weiterhin. So. Eine halbe Sekunde. Oh ja. Shit. Alles gut, alles gut. Was er macht. Er geht rechts. Er geht rechts. Er geht rechts drauf. Rechts. In. 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 Gut. Recht. Und verbrennt. Und verbrennt. Nicht worauf. Nicht worauf. Leider. Es gibt wieder die Fahrt. Unruhe. Schmarte auf den Schatten. Und der hinter ist schafft ist nicht. Verrückt. Nein, nein, ich bin auf dem Gittel. Geht außen, geht außen, geht außen. Sieht echt gut aus. So, 2-4 und 3-4 gewesen. So, 2-4 und 3-4 gewesen. Wir müssen beide Oval schaffen. Ja. Das sind jetzt aber 3 LMPs. 1,4, 2,6 und 2,9. Die dürfen sich eigentlich alle schaffen auf dem Oval. So, der erste kommt, der erste geht hoch. Na ja, die zweiten schaffen es nicht. Nein, die schaffen es nicht. Nein, die sind schlecht rausgekommen. Warten. Rechts. Vorbei. Der nächste kommt. Oben. Rechts. Vorbei. So, 5,9 der nächste LMP erst. Das ist schon mal gut, dass wir nur 2 Klassen haben. Wenn du jetzt selber noch überholen musstest. Ah. 1,40, 0. 10 konzentrier dich. 3,8 und 4,7. Letzer Runde hast du wieder eine Sekunde auch gut gemacht. der wird sich nicht folgen kann müssen auch wieder erst nach der schikaner und dann beide bank zu nur zwei ja nur zwei danach ist erst mal ruhe ich habe vor mir ein gte deswegen sollte eines dran verbunden weiter die hoch rechts und der andere ist nicht schaffen porsche hat kein top speed vor mir aufpassen nicht dass sie zu viel bremst jetzt aufpassen bleib lieber hinter den ersten lmps vorbei kommt machen lassen in 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 er ist in fahr doch lmp2 fahr doch leila sauber sauber tim sauber gemacht was der schon wieder wartet thank you ich hab's ja nicht gesehen hat er sich vielleicht ein bisschen verbremst mindestens eine sekunde gekostet nee der lmp2 hat einfach kein gas gegeben er war in der kurve und gefühlt nochmal gebremst er wollte ja kein risiko einnehmen deswegen alles gut tun ich guck mal irgendwo der nächste lmp ist sekunden ja ok also direkt hinter den anderen beiden zwei und drei ja 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 und da sind dann wieder zwei kritisch also direkt hinter das 2 1 4 2 3 3 4 4 4 6 Das ist doch wahr. Ja? Erzähl sich, fährst du dann erst, ne? Alles klar. Aber sollte es zum doppelsten lieber fahren? Das musst du ja gleich nicht schalten auf der Opposition-Fambo. Das ist gerade echt anstrengend. Ich kann einfahren. Ne, also bis jetzt geht es noch, weil ich nicht diese kritischen Überholmanöver hatte. Ich hatte ja bis jetzt richtig viel Glück gehabt. Kaum einen im Infield gehabt. Wir gucken gleich. Mir ist wurscht, was sind es noch? 14 Runden. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, copy. So, der LP ist jetzt an den überrundeten Run vorbei. Zwei Sekunden noch. Der wird wahrscheinlich in den Infield kommen. Ich denke links, Kurve. Schnelle links. Ja. Ja. Blue Flag. Nein, da wird sie sogar... Ja, doch. Ja, doch. Das passt. There's a group of faster cars behind. Ja, ne. Ja, ne. Alles gut. Hab ich gesehen. Was auch nicht, dass er gleich reinsteckt. Ich lass den innen vorbei. Ja. Ich lass den innen vorbei. Ja. Ja, ich lass den innen vorbei. Ne, bleib hinter. Okay, bleibt. Ja, das ist aber knapp. Ja. Ich hab fast Kurve verpasst deswegen, weil ich schon mal die Bremse lösen musste. Naja, bleibt hinterher. Okay. Er geht aber nur im Ovales wahrscheinlich. So, drei Stück sind das jetzt. 05, 2, 1 und 3, 4 nicht. Also alle auf dem Ovalen mal. Ja, da. Passt. Ich hoffe, der Zweite kriegt mich nicht vor der Schikane. Sollte aber eigentlich nicht. Ne, ich hoffe, der nicht. Ne. Kriegt mich nicht. Nur mit Harekiri. Aber das macht irgendwie nicht. Ne. Ja. Ne. Ne, bleibt hinterher. Perfekt. Ich hab die Bromine. Vorbei. Die nächste krieg ich nicht. gleich lang gleich lang jetzt nicht mehr dran jetzt sind wir dran geht links, geht links, links links, vorbei da kommen die nächsten zwei vorsichtig jetzt hast aber Kackschweife über die Hose so, die beiden einen Pilz sollten nicht kriegen kann man so sagen ich sehe ja leider nicht was vorne ist ich sehe es nicht das ist aber schon krass, dass die LMPs nicht deutlich schneller sind auf unsere Wagen oh der eine hatte so einen Schlenker gehabt hat es jemand gesehen? ne, doch P14 Ausgang Schikane ja, aber mit den Dingen kannst du das ja machen ja geht doch glaub ich in die Box ja, da der einen Schlenker hatte geht in die Box so, jetzt hast du erstmal Ruhe da sind schon ganz schön viele LMPs dran die sind schon leer wahrscheinlich ja, die einmalig sind große Tankvolumen glücklich, ne, fängt mir nicht irre genau was hat denn unser Team noch drunter elf Runden noch ich würde aber bei 24er würde ich entspannt fahren wenn ich 1-1 habe und kurz vor Start ziel bin gehe ich in die Box da kein Risiko eingehen ja 24 Stunden Rennen da gehen wir, da fahren wir lieber eine Runde R rein ja genau jetzt am Anfang vor allem und gegen Rennende guck mir der ist disconnected P2 oder? die sind nicht war das nicht dieser Sotho? ja, ja Christian Sotho, ja ok natürlich ärgerlich sowas finde ich immer doof ja auch wenn es ein Konkurrent ist nein, der fährt noch der fährt noch ok das ist Christian Sotho der fährt ist Alejandro Alejandro ah ok du scherze ja, 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 ok ich hab nur Nachnamen gesehen, Stegen so, nach der Schikane müsste er dich bekommen, wa? Beatlane hat Position verloren die hinter mir müssten eigentlich in die Box gehen vielleicht oder er war schon ja, ja, die 9 ist hinter dir wir waren aber gut das war aber gut? war aber gut ausgebaut die sind hier nicht zum Vorsprächern ok Michael, Masterclass Car approaching den ist auf p6 zurückgefallen aber bestimmt unten täglich der mächte bei einer überrundung wahrscheinlich so was auch der kommt war gleich nach rechts dann geht er links vorbei links links das ist über außen steht ihnen ein immer noch in ich würde sagen tim macht auf jeden fall ein doppelstint um erstmal noch ein bisschen platz zu schaffen es wird doch die reifen noch wechseln also doppelstint in nach dem klaren kappte soto behind is now 12 jetzt kommen ekelhafte drei überrundungen 10 11 12 1 7 25 25 Einer geht in der Box Okay Michael, we're matching race pace There's a group of faster cars behind Go high So, die sind so schön aggressiv Geht rechts, geht rechts, 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 rechts Da kommen jetzt ganz viele LMPs, haben das Aufwand jetzt Du machst das super, Tim So, eins, zwei, drei Drei Stück müssen sich eigentlich kriegen Das sind vier hintereinander Ja, aber der vierte ist vorbei Der letzte kriegt mich nicht V7 kriegt mich nicht V7 kriegt mich nicht Es kommt nur noch einer vorbei Ja, der Quack kriegt dich nicht Der geht vorbei Links neben dir, links neben dir, links neben dir vorbei So, der nächste ist an der dran Und er geht hoch, er geht hoch Vorbei Vorbei Der nächste kriegt mich auch noch Rechts neben dir, vorbei Abstand zu deinem Hintermann, zwölf Sekunden Pass auf, Kurve 1, Unfall Pass auf, Kurve 1, Unfall Yellow flag, caution Yellow time was at 141 Wo? Ich seh's nicht Da steht dann links an der rechten Sektor 2 und 3 In der Mauer Sektor 1 ist 0.5 Off the base Alles gut Ich vergesse immer oben dann auf dem Bündchen Äh, go high 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 LMP ist dran, sollte dich aber jetzt Vielen Dank für die BMW, dass du zu früh wirst. Entschuldigung, was ich mir gemerkt habe, wenn du bei der Bremskurve, wenn du da, bei deiner Bremskurve sag ich jetzt mal, wenn du da raus verschleunigst und LMP-2 hinter dir, drei Sekunden hinter dir ist, kommt der vorder Schikane nicht an dir vorbei. Wenn du normal fährst. Einfach so als Orientierung. So, nächsten drei neun und sechs eins. Nutzende Runde 1.41. Hat er wie lange frist denn der Jig? Danke, Patrick. Danke. Ja, Julian! Was denn doch? Es ist ja genug Luft. Der soll schlafen gehen. Dass er halt nachfahren kann. So, LMP, 1,6. Sollte dich vielleicht noch kriegen. Ja. 1,1. 1,0. 0,9. 0,8. 0,7. 0,6. Das kriegt mich nicht. 0,5. Nein, das kriegt sie nicht. Geht aber rein. Pass auf, pass auf, pass auf. Er geht rein. Gut reagieren. Gut reagieren. Genau, Julian. Schlafen wird überbewertet. Das ist ja nicht mit der Jof, den dicken Jig. Das ist ja nicht höf! Es schneller! 2,2 Sekunden. Okay, also noch als Und dieses Gift kriegen, ne? Das erinnert mich immer an unseren Salten Felten. GEP. Nie Hornet. so kommt dran 06 05 jetzt richtig geht außen geht außen vorbei so nächste 6,5 verbremst dich dann hast du jetzt noch ein lmp und dann hast du es noch super reagiert tim sauber aber da kam nicht mal ne flagge gerade aber das war eine berührung kann nicht sein warum auch immer du hast ihn ja nicht mit dem heckspoiler berührt alles gut alles gut gucken wir was das gut gleich sagt bluerfleck der kommt der lmp kommt jetzt ich gucke mir das mal an was er da gemacht hat vor allem der rollt einfach zurück wenn der stehen geblieben wäre alles gut gewesen ja kommt in i ja ja in habs 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 fakt bluerk 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 so weit oh ja ja da war im top speed nichts gemacht ne, top speed ist weiterhin gleich alright wird wahrscheinlich gleich beim boxy-shotten optional zu passen ist wohl Heckspoiler gegen Heckspoiler so Tim, noch 4 Runden, mehr schaffst du nicht du hast jetzt noch 4,0 mit der? ja, mit der 4,5 noch Kaffee also 4 Runden ey, 4 Ings wegen so'n Noob ey zum Glück hat Tim gut reagiert ja, super reagiert, mich riecht es gerade auf jetzt werden hier ne gelben Flaggen angezeigt ja du kommst ja da rum, du kannst ja nix sehen ne, durch die Box im Mauer und kriegst dann 4 Ings das ist scheiße eigentlich müsste der direkt Achterauf im Brummen kriegen spielt rückwärts fahren ist Qualifikation Durchfahrtsstoffe jawohl, nix ja nix aber Topspeed ist okay ja, ja haben wir schon alles beobachtet ja, du hast hier Renningenieure ja, du hast hier Renningenieure ja, ich hab ja nur geguckt, weil ich vorher Windschatten von dem anderen hatte du Jungspund ja wenn ich so alt wäre wie ihr, hätte ich den Crash vielleicht nicht vermeiden können hallo, die Fresse ja ich hab eine Schille wenn du ihn wieder siehst Entschuldigung ist sachiert Entschuldigung, ich sag nur, ne Dings Fall N Rennen wo ich den einen ausgewichen bin der oben am gelben Kopf stand ja, da gibt es aber auch schöne Sachen haha ok 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 sollte ich dich hier nicht mehr holen sollte er ist auf dem ok 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 vorbei hat er bei euch auch so geleckt ja 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 lecker aber nur sechs zuschauer wer ihr ne drüben ich zeigte 6 an naja obs ist da ein bisschen schneller das ist doch eingestellt schon vorsichthaler so 25 kommt der nächste lmp wird auf jeden fall knapp mit der schikane der holt euch noch, der holt euch geht links, geht links, geht links, neben dir, vorbei die Apto, Soto, behind is now, 30 seconds Last lap, Tim, go into the box this lap Copy Alles eingestellt View box, pit stop is ready The pit, the pit crew has sin geputzt Alles fertig Muss ja nur einer was von der pit gut machen Muss ja nur einer tanken Nur den Rüssel rin halten Und die Schrebe bretzen Genau, so sieht's aus Und vielleicht die anderen noch was reparieren Nee, lass das, das Ding läuft doch Ja, ob schnell, ob schnell und müssen sie runterlaufen lassen Naja, wir wollen ja erstmal ausbauen Das ist nicht viel Können wir doch beim Fahrradwechsel mitmachen Macht er da automatisch Sülse beim Garten Ja, dann läuft's ja Ruhig, alles gut Ich mach einfach los, wenn's Auto bereit ist Scheiß auf Opt Speed Limit, Speed Limit Leber zu früh als zu spät Leber zu früh als zu spät Leber zu früh als zu spät Pit-Line Speed Limit ist 88 km per hour Activate Limit Ja, okay Achtung, wir stehen hier Ja, wir stehen ziemlich weit vorne Okay So, Reifen, schlechter Stil 86 Ich darf auch nicht mehr sehen wegen der Corvette Ja Also locker doppelt sich Sechste Sekunden optional So, wir gehen mit runter jetzt schon Ja Ja, dann fahr uns deshalb raus Was ist das passiert? Ja Ja, das passiert Ja, da geht los Woll Нils Ja, das passiert Ja, dann Ja, wenn du den Was passiert? Gericht Ja, da Hinter dir ist frei Wack hier, wack hier, wack hier We think P5 has binned it in turn 6 Wie lange wäre Option gewesen? 16 Sekunden 16 Sekunden 16 Sekunden I'm looking low guys, looking low Yellow flag, thank you Wieder weg Bug Bug Hauptsache da zeigen die die an Danke für nix Sehr unnötig Er weiß einer wie es bei den anderen aussieht Ich kann da sehen die nicht Ich weiß nicht, nein Ich weiß nicht, nein Ich kann da sein, 1-0 Ich weiß nicht, dass die nicht ein bisschen lustig wird Wenn sie wird Sie wappen Und du wappen Etc Let's just keep it chill, shall we? No need to die bomb or run onto the uprave or another Chill boys, it's okay 1 3 1 2 1 1 Der gewittigsten, glaub ich nicht mehr oben, oder? Komforte, doch doch, komforte Ja, 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 ja Der wird am Windschatten, stimmt Ob ihr es fährt Heads up, there's a car exit in the pits P5 aktuell Da gehen welche wirklich schon aufs Spitz fahren So, LMP 07 Wenn die ganze Zeit den Timen hergefahren sind, ist gut Jetzt an den ran Geht links, geht links, geht links, ist links Ist links, vorbei Die nächste ist dran Er ist auf der Stich, wenn du das nicht hin Ja, dann ist da Die beiden Die sind auf der Stich, wenn du das nicht hin Nee, der bleibt schon wieder Das ist gut Alles gut Ich glaube jetzt muss da einer in der Box stehen, der die ganze Zeit hinter mir war Beide sind in der Box vor Ort Okay Wehrund weitergefahren, Wahnsinn Ja, ganz schön Windschatten hat es gefahren, ne? Naja, gut, aber zwei Runden rechnen wir haben auch 24 Stunden, ne? Ich glaube, weil wir sind beides Porsche, oder? Ja, sind beides Porsche, ich glaube, sie verbrauchen weniger Ja, hinten kommt schon eh nach rausgefahren, aber ich weiß nicht, ja Ja Ja, aber gleicher Aufstand Roto, 15 Sekunden Ja, mehr, mehr sogar, drei Sekunden gut gemacht Er fährt auch doppelstint, ist wieder Soto Ja Aber nächstens sind wechseln wir Reifen, oder? Also, eigentlich müsstest du nicht, glaube ich, aber weil Christopher ja dann übernimmt Drei fahren Eigentlich drei Ich guck mir die Reifen ja gleich mal an und äh Ja, soll Christopher sein doppelstint fahren Ja ja, das nicht, aber gucken wie weit die Reifen runter ist Ob man das überhaupt machen kann jetzt schon Ja Guck mal bitte, einer Box ausgang, ob jemand rauskommt Ja, da ist einer neben dir gleich Ja, da ist einer neben dir gleich Gucken wie du rumkommst Bist auf selber Höhe Jetzt bist du eigentlich Ja, passt Inzident in, turn five Ich fällt mir die Ich rausgübe mir die Reifen Ja, preniere mich Soto behind 17 Sekunden I'll go wide here in the horseshoe, don't worry Blue flag Thank you, Greg There's a faster car approaching You've just done a 142 Drawing 30,000 Point right, play right I'll go down Alright, that's fine I'll go down I think I'll go down I believe there is a way As you go down Yeah, but you know You need to know I have a side So, I will go up Absolutely not Aber ATVO hat auch so eine Streckenkarte, oder? Was? Hey man, I'm not even going to take it out of my teammate. Ah. Come on, was that out? Ah, yes Michael, she's on us. Was the class car approaching? Honestly, I prefer eating my pizza into a pineapple, and then eating it. I mean, that's one way to do it, I suppose. On your left. Hold your line. Hold your line. Just a ball of cheese. It's just cheese, I'm sick on it. There you go. There's a nice combination. It sounds good, Urs. We're driving with the car phones. I don't know. We want to kill them. We need to kill them. We may need to kill them. We need to kill them. We need to kill them. I think that's a bit too dark. We don't know this. Yeah, really. It's exactly dark. 16.52. See you guys. Cool 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 cool. Hi, Tony. Wie weit sind wir vom P2 und 3 weg? Keine Ahnung, kann ich nicht sehen Alles klar, Markus Kommt oben Also Sonnenuntergang ist um 18 Uhr erst Na ja, erst Das ist eine Stunde Ja, das ist eine Stunde Manche langsam düster Ja, das ist direkt im Dunkel, ist doch schön Na ja, so dunkel ist es ja nun nicht hier Durch die Flutlichter Ne, ist nicht so wie Nürnbergring oder so Keine Ahnung Ich finde, der schlimmste Moment ist Bevor es dunkel wird Diese kurze Umstellung im Cockpit Wenn es dann so alles so hell wird Ja ja, denkst du, Alter Wer haut jetzt gerade hier ein Flutlicht Hinten ins Heckrinn Ja, ist so krass Da sind Inzidenten in Oster Da schreckst du immer richtig Ja Guten Abend, Toni Das ist ja schon 10 Minuten her Mal auf Ball Wollte gerade sagen, ja Nein Besser später als nie, so wie mit dem Rennen Ich habe ja Toni schon begrüßt vor 10 Minuten Ich habe ja, ich habe ja Naja, gut, 5 Minuten, nicht 10 Minuten. Okay, Michael, es ist fast ein Klass-Car approaching. Ja, war doch doch, GTE initial. Habe ich gemacht, wenn du das willst. Aber da siehst du keinen Abstand. Da siehst du nur, beide sind alles in 12 und 12. Das ist scheiße. So, Jack. Oh! Also der LMP, der gerade hinter dir war, der hat es abgesäumt. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Der nächste, 8 Sekunden. Ja. Auf die GTE, auf die ich jetzt ein bisschen auflaufe, die sind aber alle gut auseinander. Na, 3, 6, 8. Ja, aber nicht direkt im Infight. Ja. Im Infight ist immer das Schlimmste. 21, 15, 14 ist es. 2. 0, 5, 6, 8. Teenager 666-10 động. Ahn, 12 reino der letzte runde 1 50 ab temperaturen sind auch richtig gut immer noch 23 hat 6 6 und vollmehr noch das nicht wirken 20 26 grad gleich noch 30 aber werden wir sehen können wir erst reagieren wenn es soweit ist das 3 lmp hinter mir ist nicht sogar bei allen unterschiedlichen runden p 23 12 und 11 11 11 ich glaube da gab es aber platz und hier kommt jetzt wieder der opel er sieht aus wie ein opel die lackierung wirst du wie kalibra und weiß ganz schwarz ja ja gran turismo 4 war der noch das letzte mal dabei gleiche stelle wie vorhin ja ich gehe wieder rechts ja ich gehe wieder rechts oh denn der nicht der toby nicht sehen warum hast du mal von der schnauze getrucht nö der ist dreckig da wird der toby so rumzusappern rumzusappern es gibt eine fester karls bearing down on you diese Leute sind für Position die letzten beiden müssen eigentlich auf der Gegengrad äh, nächster Fall Go right Go right Na, komm beide drüber bei Erstes durch Zerde kommt, geht rechts vorbei 9,4 Sekunden und das GTE also, das ist verzeiht Kann Eklav werden? Adam, I'll stay to the left in the horseshoe here Dreh Dreh Geht doch nicht, war nur Verbremse Der nächste LMP, 11,4 Sekunden Dreh 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 Steine Pfle Dreh B aber das sieht da wie ein Logo Stück Kuchen? Ich will es gar nicht wissen Hauptsache ich bin an dem vorbei Auf dem Auto, auf dem Ferrari Da hat er gar keine Lackierung gebraucht Gelb Lila und dann hat er so ein Bild drauf Das sieht aus wie ein Stück Kuchen oder ein Stück Pizza oder sowas TACO EXPRESS TACO EXPRESS Ah ja Und dann hat er bei mir die Lackierung nicht geladen Tim auf Kalli Jagd TACO EXPRESS Car behind is a faster class So 1T kommt gleich Er kriegt halt auch Windschatten von dem vor mir Ja er kommt auch an Kommt gut an Ich geht nach oben, rechts, 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 vorbei Left side Hold your line Fast Appleflap Racing Team Drauf ist links In, 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 in In, in, in Links neben dir, links neben dir Vombei Warum hält der so dagegen in der Kurve Also echt, ne Ist so dumm Da wir sind, ne LMP hinter dir Bleib immer hinter dir Geht links 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 Zieh zurück Hier nie die Innenbahn anzeigen wenn es geht Weil wenn er sich verbremst Zieht der so vorbei Links 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 Alles gut, hab's gesehen Niemals da die Innenbahn aufmachen Wenn sie es versuchen wollen dann lieber aus Ja, weil sonst schießt der einfach vorbei Aber manchmal wollen die Ja Manchmal geht es einfach nicht anders Aber, wenn es geht Ich sag erstmal nur die GTEs hinter dir Die nächste ist jetzt in der Schikane Bei circa vier, fünf Sekunden Ja, das ist jetzt hier Ja, müssen erstmal den anderen vorbei dann sehe ich es ja Ja, müssen erstmal den anderen vorbei dann sehe ich es ja Pulsiv Pulsiv freiheit im fett macht wir müssen wenn man den dvorschlag und das vorsitzende zum nirgung kriegen wir da muss wieviel runden noch? im moment halbzelt reichlich ähm ja fast ja doch neunzehundern schlusser im gonna go high here jack for ya so 2 1 miss lmp so 2 1 miss lmp so fast a car approaching ist Hande dran Lieblings Überräummanöver lass jetzt sehr schnelles rechts geht rechts rein ja vorbei ab früh gebremst da kommen wieder 2 oha wir müssen eigentlich auf Wahl warten eigentlich geht links einer links 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 left clear left bei dem musst du ein bißchen aufpassen der sticht und jede lücke ja 0ic Ja genau, der 1X oder was auch immer durchsteht Startnummer 124 1 minuto Play right Is an incident in? Must stop Yellow flag, keep me wet about you mate Ich fährt schon weiter Alles gut Wie ist das denn? Ja alles gut Besser so Ich hab nur dann hingeguckt Dann hab ich halt geantwortet Alles gut Dein Spotter, also ich Hab das von mein Spotter geklischt Sehr gut Boah wird das hier ekelhaft da vorne Oh LMP ist jetzt anders Ja 4 mal 4 mal Und jetzt hast du die Arschkarte Mit dem überrumm unten Stand doch hinter dir Bis jetzt sei noch in Ordnung Geht dann wahrscheinlich jetzt gleich irgendwo reinstecken Ja ich geh hier kurz vorm Gas Ja Ja ich bin hier kurz vorm Gas Vorbei Alles gut Gesehen Ich hab jetzt nur Angst vor den drei hier vor mir Können Positionskämpfe sein Sind Positionskämpfe Yellow flag, caution Also mit Bedacht Verste nicht Der erste der kommt nicht Der ist auf P20 Aber danach Die beiden geht nie Der Vor ihm der ist die LMP Der ist der 2 hinter mir Ach der ist hinter Ah ja Jetzt hat mich total verguckt grad Ja er meinte die glaub ich den LMP oder? Ne 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 Ich hab ähm Bin einfach verrutscht grad Also P12, 11 und 13 Ja Also P12, 11 und 13 Also P12, 11 und 13 Ja Also Tim mit Bedacht Shit Ja All right Hast du den Ingape? Oder? Ne Ich hab nur gedacht ich hätte fast einen geholt Weil ich hab schon Gute die Wiese mitgenommen Hm pass auf Der hier ist der Lecht Nummer 4 Ja ja Geht rechts Au rei Nummer 4 Geht rechts Au rei Nummer 4 Genau so hatte ich mein Netcode an Mittwoch Oh Ina ist da raus Okay Ja Ich bin allein gelöst Das Problem Das war der 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 In der Schikane schon rausgeflogen ist Ah ja Aber der Porsche hat Platz gemacht grad der Ihnen Ja Ferrari hat zu spät gebremst Wollte unbedingt innen vorbei Und Alles gut Alles gut Alles gut Der Porsche ist schlau Letztlich ziehen Verbremstest Wieder ein Verbremser vom Vordermann Er hat ja da Er hat einen Power Ranger Er hat einen Power Ranger glaube ich auf der Seite drauf Ufer 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 Also hinten ist ein Ufer drauf Okay Echt sauber klingel Ich bin jetzt Jetzt wird's wieder heller Schulle Oder hell im Cockpit Oder was Oder wegen der Sonne meinst du Also so jetzt kommt die Sonne Ja jetzt kommt die Sonne wieder ein bisschen mehr durch Ja jetzt kommt die Sonne wieder ein bisschen mehr durch Nee Rausgehen Achso Für die Lunge was tun Ahja Ich war Raucher Rauchen Entschuldigung wir sind immer auf Klo gehen Mach ich Auf Klo gehen Mach mal ich geh pullern Mach ich jetzt auch Geh pullern Ja ja wir rauchen Gleich Ja Siehst du irgendwo eine LMP2 Mev? Ne ich sehe gerade dann Guck mal wo der nächste ist Okay Ist jetzt in Turn 2 Also jetzt auf der Gegengeraden Einer ist gerade ausgefahren der vor mir Circa 5 Sekunden hinter dir In der LMP Alright Yep Yep Thank you Thanks Pete Bestージ Ich habe 3,6 jetzt 3,6 jetzt Er ist jetzt in Relative Wird wohl Oval an mir dran sein Thank you Thomas Aber jetzt hat er bei mir auch die ganze Leküren So, LMP kommt jetzt Eins, zwei Stück Der erste ist wahrscheinlich vorgeschrieben Der erste kommt vor Schikane, ja Genau Geht rechts, vorbei Der zweite wird knapp, der muss erst noch an dem Porsche vorbei Der kommt nicht mehr dran vorbei Der zweite macht Harakiri Raus, geht in, geht in Macht Harakiri Ja, ist hin Vorbei Glauben wir, geht hin Ja Go hide So, ich komm mal wo der lässt Ja, ungefähr Acht Sekunden ungefähr Copy Okay Okay K. 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 Was ist gut, wenn du das? Es ist gut, wenn du es vorst. Es ist gut, wenn du es vorst. Es ist gut, wenn du es vorst. Ich bin nicht mehr so schnell, ich bin nicht mehr. . 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 Aber du ziehst ja eine halbe Runde Hast du Boxenstopp schon eingestellt? Ja Kaffee Ich sehe sie zum Petrus sofort Die Reifers los Tyler, go little buddy, I'll give you the line, I'm on all tires So, LMP, eine Sekunde Und dahinter noch mal eine Sekunde später noch mal eine Der LMP2 jetzt Auf Geht wahrscheinlich jetzt rechts Ja, rechts Rechts, in, in, immer noch Oh, white Boah, outside So, 1, 2, 2 LMPs, go high 07 in 2 Sekunden Geht rechts, links, geht links, ne, bspw, zurück Sollten sich, ne, der eine kriegt diese Chance nicht, aber die der eine Ja, was war das denn jetzt? Der zweite kriegt sich nicht nett Der zweite kriegt sich nicht nett Sollte die erste Leute Um, oben, vorbei Über Aufsichtsffer Gut Warte Das geht Nichts Gähl Ich kann jetzt rechts Aufsichtsrat Garnt Hier Aufsichtsrats Quо LQué 1,45 Joshua, go high Go high Rack, rack, rack Rack, rack, rack Rack, rack Rack, rack, rack Rack, rack, rack OK Michael, we're matching race pace as a faster car approaching as an incident in International Horseshoe Slide go white We Kerning the left Rechts war eben ein Ferrari, der stand im Gras. Steht immer noch im Gras, kommt jetzt zurück. Ist ja behindert. Wer war das? Dieser Jakob Schillig, ne? Schreib, schreib nicht, schreib einfach drive carefully. Alles gut. Das ist in Deutschland, vielleicht Deutschland. Achso, ja ok. Bestimmt nicht gesehen. Doch nicht. Aber wie knapp war das eben bitte? Guck mal wie weit links ich gefahren bin und wie viel Platz ich dem gelesen hab. Puh! Ich hab jetzt geschrieben... Äh, ja super. Please, carefully don't come back soon on track. Ja, ist ok. Ich hab gedacht, der wär hier abgeflogen, weißt und kommt jetzt hier links, aber er kam dann einfach rechts raus. Wie auch immer der da hingekommen ist. Wärst du in den reingefahren, wer da drin ist? Ist ja alles gut gegangen. So. 1,4. Ende Weg. Wie schaut's aus? Gut. Kurz Cold Brawn gehabt eben. Genau. Cold Brawn gehabt eben. Spür mal eine Runde zurück. Ja, ich war jetzt meine dritte unterhause. Nee, ich will nicht sehen. Guck dir das an. Nein, will ich nicht. Was ist in Engländer, spricht dazwischen? Ja, war der Ding, der Crewschieb schon. Achso. Er soll das natürlich nicht. Ich bin da gerade anzunehmen mit Quatsch, der ist vollidiert dazu schon. Ich hab's nicht. Ich will ja auch nicht. So, P8 ist jetzt vor uns. GTE. 30 Sekunden hinter die LMP. Copy. Sollte erst nach hinten werden. Ja. Der Porsche sieht schlimm aus vorne. Zwei vor mir. 22. Zwei vor mir. Zwei vor mir. Oh, Alter. Äh. Alles gut, ich hab extra. Ja, nicht wegen dir. Wegen der LMP hinter dir. Der... Wollte erst durchziehen. Ey, ich weiß. Hab ich gesehen. Ich bin weg. Ich bin vorbei. Gut, aber... set cloves. Ich bin über nichts mit dem Motivieren. Aber jetzt geht das mit Ja. onder. Viertel. Der hat sich an sich an sowieso ein schlechtes Kopfschirm Ne, mein neben Porsche Oh, ist da! Porsche Der hört sich auch nicht gut an Der hört sich immer so an Der hört sich an, als wäre er irgendwie kaputt Nein, nein, der hält sich höchst an, als wäre er kaputt Ist höchst an Bin wieder da Ja 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 Du bist bereit, Christopher Ja Sechs noch, oder? Ne, fünf Mach dir keinen Druck, fahr ganz normal, fahr deine Linie Komm ganz entspannt ins Rennen Einfach vorsichtig fahren und Das ist der Kahn Der Rest kommt von alleine Lieber zurückziehen, als reinzustellen Sowieso Christopher macht das schon Das wundert mich grad bei Tim Krieg ich frische Reifen? Du kriegst alles nur rein Alles klar Alles klar Slipstream ist vor dir Ja, dann gib mal den Slipstream Die Das ist ein bisschen schwerer Das ist ein bisschen schwerer LMP 2 hinter mir hat's doch verabschiedet, oder? War eben 2 Sekunden dran oder so? Naja, der hat sich in eine Chikanne verbremst. Der ist jetzt 4,6 Sekunden hinter dir. Okay. Aber flirrt immer mehr. Komm, man kann einen anderen Ketan nicht vorbei. Okay, man. Sowieso hinter dir, ein ganzes... ...Feld. Yep, no worries. You got me a little quicker than I thought. I thought I was KV. 1, 2, 3, LMP. So, no worries. I was supposed to try to... ...but, you know, stop my nose, man. Sag bescheid, wenn's so weit ist. Sonst ist alles gut. Nah, you're fine. I just got caught up behind that other guy, so... You're all good. No harm, no foul. I got caught up. Drei, Zwei, 2,5 Alles gut, schnell zwei Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden Kommt aus der Box Pass auf, kommt Das bleibt aber hinter Ja Ja, wir bleiben hinter Ja, perfekt Ich bin extra mit dick gefahren Ja Erste rechts Vorbei Zweite rechts Vorbei Dritte rechts Vorbei Drei Sekunden weiter hin Hey, Ferrari, White 998, can you move out of the way? Ja Danke, but I'll give you my $5 Iray can give me Jetzt danach oder mit der noch? Nein, nein, wenn du über Linie kommst Copy Okay Der sollte sich nicht mehr fliegen Ahhhh Der zieht rein, der zieht rein Der ist in Der ist in Au bei Ich bin vom Gas gegangen Ich will den auch hier nicht hinter mir haben, weil der ein bisschen, der fährt nicht so gut Okay P22, LMP20 Die armen Reifen Nein Yellow flag Nur bei den anderen Ja Ja, danke für das, Mann Appreciate it Was sagt die Temperatur, Mev? Erstmal rechts neben die einer Äh, 22 Grad Mit cooler Mh Mh Alright, Michael There's a faster car approaching Right side Zum Glück bin ich vorher vom Garski rein So, LMP kommt von hinten Rechts, rechts, LMP rechts Vorbei Das ist der Runde Das ist der Runde Niemlich Wir sind der Runde Wof Was ist der Runde? Der Falser Hier ist die Brücke Ich hab die Lenkung nochmal kurz aufgemacht Vierter Unterhose Ich glaube ich muss mir gleich noch einen Flickchen kaufen Es ist ein fester Car approaching Yellow Flag, watch out Alles gut Geld passiert eigentlich hier oft nur wenn du rechts zu weit drüber fährst Beim Eingang Alright Play right Box the Slap Box the Slap Christoph bereit? Ja Ja Wenn du gleich im Cockpit sitzt Guck ob der Pit Limiter eingeschalten ist und deine Brems Balance die du nutzt eingestellt ist Ja Schülle kennt sich aus mit dem Pit Limiter Mhm Mhm Watch your speed Activate Limiter Schülle Sie ist ja jetzt im Winter noch eine Runde Franken in Hamburg Ja Alter. 74% Wie viel? 74% Lass, lass, lass. Lass, lass. Ja, alles gut. Neuer Fahrer, neuer Reifen. Naja, aber wenn er sagt, er kommt damit klar, dann lass ihn die Reifen. Ah ja, gut. Ich dachte, so hat er nichts gesagt. Ja, hat er gesagt, lass die Reifen. Nein, ich hab gesagt, ob ich die Optional Repairs lassen soll. Dann warst du abgehackt. Wenn du unter Gesetzes losfahren kannst, fahr einfach los, egal wie viel Optional Repair noch ist, außer es sind 0,5 oder 1 Sekunde. 6 Sekunden übrig, konzentrier dich, Boxen ausfahrt, ganz ruhig. So, du hast direkt ein ganzes Felsier, aufpassen. Wir sind rechts, bleib, bleib, gut so. Weif übernimmst du? Ich wollte eigentlich jetzt mal kurz ne Pause machen. Schulle, kannst du kurz übernehmen? Ja, okay, gut. Fürs Verfahr ganz ruhig. Holt ihr den auf der Kraden oder sowas, ganz entspannt. Okay, sind beide vorbei? Okay, sind beide vorbei? Hinter dir kommt ein LNP, der sollte dich eigentlich bekommen mit 0,7 hinter dir. Komm mal, Mann. Der Toro. Vorbei. Blue Flag. B5. B5. Das war's für heute. Nix zu sehen, gelbe Flagge war falsch Hinter dir kommen 2 LMPs Sollten dich aber nicht mehr kriegen Beate kommt auch gleich Geht jetzt hoch Speedlane und Co. sind gerade in der Box Aktuell P3 5 Sekunden bis der nächste LMP kommt 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 5 6 6 7 6 9 9 10 11 11 12 13 15 12 13 imposing 14 10 11 13 11 13 14 14 15 15 17 15 15 15 15 17 16 rechts neben dir der zweite zieht jetzt so nah nieder der wartet er wartet bleibt in aber die seugtat anhaben wenn du drin bist ich hab unten nur darauf geachtet wirst du ja das ist ja kuschig also die einstellen du weißt mir nicht gerade einmal eine kleine halbe sekunde es kommt gleich eine lmp wieder geht hoch das thema einer drauf gefahren händen war vorhin so ein kleiner zwischenfall und die er hatten nur gestritten und dann war gleich der spoiler verbeult aber hat keine ausdrückung hier und schon ein satz der drückwärts gewollt und hat uns dann leicht angestellt so wir wieder p1 ok jetzt haben wir dann für ein gap auf p2 schon mal tv 26 26 sekunden sogar fast eine halbe runde warten die folgen krass da hat der thema ordentlich vorgelegt p1 müsste er noch an der box stehen war oder gleich rausfahren p2 meinst du ja warte ich habe falsch geguckt ich trottel 18 sekunden ja wie man sagte knappe 20 18,7 der ist jetzt im infield ja ich werde gerade fast abgeräumt werden der p2 meine überwohnung hat hinter ihm einer weggedreht so schnell kann es gehen hinter die kommt erst mal gar nichts naja p2 kommt jetzt ins oval grad an der sekunde fast wäre weggeräumt worden bis jetzt geht es 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 geht 142, 6-0 Bei uns muss irgendwas passiert sein Nur noch die 14 Die haben wir hoch die Farbe gemacht Und die Lichter am Auto sind alle hier D&D D&D Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die hatten einen Unfall Okay Unfall und Durchfahrtstrafe Unfall und Durchfahrtstrafe hast du gesagt? Unfall und Durchfahrtstrafe Okay Guck mal ins Stream bei denen, wann das war Das Lamp war 142.70 Ich bin im PC2 gerade im Auto Immer noch der Soto Er hat ja immer noch Vielleicht fährt der andere Okay Okay In drei Stunden würde er mir der Arsch abfauen, ganz ehrlich Ja 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 Platz 2 Platz 2 oder was Ja Ja P2 Achte Die Szene hatte ich ja eben schon gehabt Und jetzt ist es wirklich passiert oder was Ich guck den einfach an Ich guck den einfach an 171 LMP2 Startziel werden jetzt wahrscheinlich Zwei LMPs an dir vorbeiziehen Und fahren hinter dir Blühflag Wie ist der erste Fahrer denn, Mev? Ist vorbei der Erste Ja Alejandro Soto Startnummer 121 Okay Und der andere kommt jetzt oben Nach Turn 2 Okay Dann kommt der nächste LMP in 5 Sekunden Dageon 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 Boah Boah Bitter Ah, die Scheiße kann dich jederzeit Ohr erwischen, ne? Wenn da unten einrand dich in Kraft Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ah, okay Ne, der kam doch ausm Ausm grün raus Der LMP2 Und hat den Porsche dann mitgerissen Habs mir grad nochmal angeschaut Ja, der ist links rüber Und dann rechts Wieder zurück auf die Strecke Ja Genau Genau Und vorhin wurde der genau der gleiche auch schon mal fast abgeräumt vom LMP2 Das war das, wo ich gesagt hatte Hi Fabian, grüß dich läuft super bisher Platz 1 Unser Tim hat zwei Super Stints hingelegt nach einer erfolgreichen Quali Und P1 aktuell Und ja, jetzt ist Christopher, wie man sieht, am Steuer Ja Oh, LMP kommt 0,9 Sekunden Der wird wahrscheinlich noch drin stechen Ne, wartet ab, okay Ganz ruhig Ja, perfekt Wie fühlt sich die Strecke an Alles okay 22 Grad Grip ist da, oder? Ja, ja Sehr gut Ja Top Zeiten Wie viel Uhr haben wir eigentlich hier Äh, 17.52 In 7 Minuten Sonnenfall Ah, okay So hinter dir LMP, 0,8 So hinter dir LMP, 0,8 So hinter dir LMP, 0,8 Ich bin auch einmal reingestochen Ich bin auf jeden Fall schneller als alle hinter dir Sehr schön Auf jeden Fall hast du ein bisschen Luft Ähm 17 Oh, Alter, jetzt zappelt da rum gerade In den 18 Sekunden wohl 17 Sekunden bis zum nächsten LMP Oh Alles sauber Alles schön Ja, fährt hier die schnellsten Zeiten grad im GTE Feld So soll's fein Inzidenz Das ist ein Inzidenz, Bus Stop So, Bus Stop, Schikane, ist ein Inzidenz, hab ich noch grad gehört Sieht man was Äh, sieht wieder sauber aus Ja War nur der Code schief, der das grad sagte bei mir Ach so, ja, da soll ich dir was sagen zu Diese scheiß Engländer soll die Fresse halten Hä? Ja Ja, da ist ein Grundschief Ach so Der Engländer hat was Engländer hat was Engländer hat was Gefahr Ich bin was Erzähl Und dann schrotz der Idee Ach so, okay Erzähl 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 Abstand hast du auf P2 Vorsprung 30 Sekunden ungefähr Ja Boah, ich mach mal den Engländer und Dings hier aus, ey, die sind nur am Reden hier Ja Ich hab ich gar nicht an Ich hab mich auch ausgelassen Ja, außer nervt Das interessiert mich ja, wenn da irgendwelche fremden Menschen sabbeln Ja, du hörst die ganze Zeit, go high, go low, und dann fucking asshole, bla bla Also jetzt gerade nicht immer vorhin Da können sie bei mir immer ganz viel fucking erzählen, Nico, wenig Ich hab's ja jetzt ausgemacht Inzident in Bus Stop Ja Schon wieder incident in Bus Stop, das ist doch ein Bug hier Naja, hier ist nämlich nix Ja, wenn ich ein bisschen viel abkürzen So, Christopher jetzt über 31 Sekunden Abstand ausgebaut, geht ja richtig schnell Ja 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 Alejandro Soto Ich weiß auch nicht, ob der Porsche hat Er hat ja noch vorne eins draufgekriegt von dem LNP2 Eben Das kommt jemand aus dem Box Hat man ein bisschen was mit Verluste Zu wem ist gar nix Nö, das ist alle View Schau mal ein Top Speed an von P2 Mittel du bei 92 normalerweise Und der vorne ja leicht einen draufgekriegt hatte vorhin 2,93 Ah, ein bisschen fehlt ihnen denn, oder? Ja, ein bisschen Ah, 5 kmh oder so Ja Ja Yellow Flag, watch out Oh, ist das nervig mit dem Yellow Flag 1,5 Sekunden hat Christopher wieder geholt in der Runde Abstand ausgebaut 1,5 mh Rund 1,5 mh 1,5 mh 1,5 mh wo lmt kommt wird sich wahrscheinlich gleich vorbei drücken zwei sekunden kommt der nächste von händen der hinterlöchst oder aber richtig sehen gar nicht mehr ich sehe ihn gar nicht mehr jetzt aktuell bleib einfach unten an der linie und dann geht er oben vorbei flimmig sind meistens sind welche mit schlechter leitung und gleichzeitig streamen die so dermaßen lecken ja hockenheim gibt es noch nicht fabian ich weiß auch gar nicht wann hockenheim kommt dann sieht man gar nicht nach man das der so dermaßen leck das echt misst ist so gut ist mein englisch nicht vielleicht manchmal hatten wir das schon da haben wir die angeschrieben die amy stream dann haben sie ihren stream ausgemacht und lecken war weg ja laskrufe gott 12 dsd 390 ja 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 hat sie auch ein pin von 375 naja 100 pro hat ihren stream laufen dabei das macht der denn da jetzt ist er ganz weg war ne jetzt ist er wieder da ne jetzt ist er wieder da k k k 390 fix ping schreibe ich jetzt 390 k 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 er muss so team eigentlich eigentlich als der team alleine naja da ist kein anderer gerade oder was der ist gerade alleine hat er sind die anderen sind ausgegraut ok deswegen kann ich nur ihn anschreiben aus dem rumspringen australien hat die australien immer so einen absoluten ja das verstehe ich nicht dass die keine latenzgrenze hier machen bei racing wenn du so über längeren zeitraum so ein ding hast man gab es bei anderen online spielen auch vor zehn jahren schon am ping von 600 der umfang irgendwann schmeißen i racing glücklich weg also raus wenn er überrunden hier schon so weit noch einmal links 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 die und hier außen vorbei funktioniert sowieso nicht richtig immer noch links achten herrschen okay michael es ist fast die car approaching ja die schule ist was anderes als wenn man als in usa anderen frankreich ich meine streckenlänge soja hinter dir kommt da richtig angeschossen aber erwartet noch wartet noch kommen so einige jetzt wusste so richtig durchgenommen da wirst du auf jeden fall nicht müde beim fahren action kommt gleich der nächste noch saugt da und jetzt sieht er nach oben mein gott schule dann hier habe ich andere sachen gedacht meine meine freundin guckt so was soll die von mir denken und was für leute nicht wissen was genau zu finden gleich kommt p1 der lmp2 klasse hinter dir drei sekunden circa wenn man kurz abklatschen hast du kannst genau der klasse leader zum klasse leader da sollte auf der geraden auf dem oval gleich klappen ja ja beide warten noch muss man nicht sagen also die meisten von den lmp sind top top ja also keine keine waghalsige manöver und so eine sachen also super bis auf zwei oder drei muss man sagen von 26 jetzt hast du erst mal rückgriffs und 13 sekunden erst der nächste lmp also hast du drei runden zeit denke ja 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 da fahren die 36er zeiten fahren da ist hier gregg abgeflogen gerade aber nicht der klasse leader oder nee der ist noch vor dem film zum order p4 der gti klasse knapp knapp zwei stunden p2 ist immer noch über 30 sekunden hinter der der kommt nicht ran gute runde 41 8 grad sauber was sagt denn die christopher ist noch rot nach klar die geld 41 runden noch bis jetzt bis jetzt ach so ja okay weil er bisher nur zwei stints gefahren worden sind ich schätze mal noch ein doppelstint und dann müsste es eigentlich hinkriegen ja einer jetzt an einer morgenmittag obwohl wenn es 25 prozent werden müsste ja eigentlich schon fast grün sein 25 prozent von dem der die meisten gelb ist ja kurz vorgelegt er muss 20 runden wirklich haben das ist jetzt eben aus dem spotting raus ich bin gleich wieder da ich gucke oder meuf ist ja auch da in beide kommen aktuell ruhe hast du ruhig die mitte ja habe ich an wobei der sich bei mir voll oft im cockpit dann festhängt dann wechselt er in die cockpit und bleibt da deswegen als eben weg war bin ich einfach auf tv kamera gegangen dann bleibt er bleibt der eine runde dann im kopf der bleibt eine runde kopf die strecke zu zeigen ach so okay das wäre ein pack ich habe tv2 angemacht eigentlich wo ich weg war ich hatte genau ich hatte erst an und dann habe ich gesehen dass der im cockpit geblieben ist dann bin ich schon mal hoch und habe auf tv geändert vielleicht deswegen na egal jetzt geht's opel hat gesagt philipp opel speed lane aber schon krass dass wir die zweite mussten die bekennen ja das ist echt zufall bei so vielen splits die es gibt groß bieten ist auf platz 25 zurückgefallen waren die nicht die ganze zeit auf platz 3 die waren vorhin noch auf platz 3 dann sind sie zurück auf und dann muss ich noch mal was passiert dann schon und jetzt sind sie auf platz 25 also ein bisschen krumm die front schau mal gerade fährt philipp opel zu auf jeden fall scheiße der hat ja ein crash vom lmp 2 oder hier rechts und und denn aber der porsche ist ein bisschen krumm an der front Bei uns sind jetzt drei Teams raus Ja Ich glaube, eins ist nur, weil wir glaube ich gar nicht erst gestartet Eins ist nicht gestartet Die 3-3-3 ist grau Ich glaube, die sind gestartet Da ist einer gefahren, auf jeden Fall Die 6-6-6 ist auch schon gefahren Seit 34 Runden stehen die Oder sind seit 34 Runden raus Die 3-3-3 Links, 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 links Vielleicht kommen noch zwei weitere Jetzt kommen noch zwei weitere 36, Skuderia, Skuderia Ah, okay Links kommt einer Und noch einer Noch einer Gucken Ja, der kommt, der kommt Warte kurz Ja, wunderbar Das ist Sekundspause 31,50 hin Also Vorsprung jetzt Ja, hast du wieder eine Sekunde geholt Das war ein 143.54 Das war ein 143.54 Ja, langsam wird es wie die Tone Ja Sonne ist weg Aber ist ja auf Daytona nicht schlimm, wären wir hier überall Beleuchtung Das ist neu Ja, auch die Streikenbeleuchtung ist an der dunkelrote 1x und jungs die läuft christopher läuft entspannt eigentlich so wünscht man sich das ist immer noch links innen am ausgang was dort bleibt links das ist doch was richtig schnell unterwegs sehr gut hat weiterhin p2 gute 31 sekunden hinter sich da ändert sich auch gar nichts er kommt nicht näher dran oder wo fährt bei p2 immer noch dieses lotto ja wieder heißt ja das ist ja richtig was los gerade so lmp kommt bleibt aber hinter dir ja bleibt hinter dir geht auf jeden fall der seine vorweg der kommt über rechts ich habe die zeitplätze müssen fehler gemacht haben ok 2 34 35 35 35 5 angezeigt ja muss schon was her sein muss letzte rum irgendwo was gewesen sein ich habe mal zurück geschult muss aber wirklich her sein ist jetzt nichts gesehen doch der ist dem sein heck ist weg gegangen am ausgang vom infield richtung oval da hat er auch ganz leicht noch hinten rechts den reifen stapel geküsst fehlt ihm bestimmt wieder ein bisschen top speed aber ich muss mal gerade spaßes halber gucken soo 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 In, 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 immer noch in, jetzt hat es runter. Das ist ein vollidiot. So, nächste LMP kommt auch von unten. Fährt rechts, geht links, geht links, vorbei. Das war's mit, äh, entspannt, Christopher. So, vorbei, LMP. Nächste 2,9. Habt ihr schon entschieden, wer da nachfährt? Nö. Nö. Tim. Nein. Ich war einfach zu Ende. Machen wir, naja, keine Ahnung. Fährst du doppelstint, Christopher, oder was hast du dir überlegt? Naja. Naja, dann haben wir ja noch Zeit zum Überleben. Wenn's so weitergeht, dann auf jeden Fall. Ja, top. Ja, am meisten sind. Ja, vor allem dann fährst du mit deinen gebrauchten Reifen auch nochmal zweiten Stint. Kennst die Reifen und alles ist gut. Fährst ja gute Zeiten. Ziem viel Verkehr jetzt gehabt, aber die nächsten beiden LMP 2 kommen auf dem Oval vorbei, dann ist alles entspannt. Yalla Flag, Caution. Weg. Fuck. More Buck, ha. Die LMPs kommen nur nicht vorbei. Hast bis zur Schikane frei. Mev, übernimm du das, sonst reden wir zu zweit immer. Ja, dann passt das halt. Na, halt doch einfach die Schnauze. Okay. Ich geh jetzt einfach. Typisch Mev. Tschüss. Fahrt doch euer Rennen zu Ende. No. Ja, und dann werden wir diskonifiziert, weil du eine Runde zu wenig hast. Ja, wenn du in der Spotter bist, darfst du ja eigentlich auch nicht fahren. Natürlich, dann spottest du nicht. Glück Flag. Ich sag rechts, links, rechts, links, frei, so wie du es bei mir freundet hast. Genau. Sag sie ihm. Jetzt ist dein, weil ich ein gestrickter Spotter wünsche. Kaum, lass den Chris aber sich konzentrieren. Außen. Das war so gemacht. Gut. Und danach kommt P1. Ne, doch nicht, hat sich neu sortiert. Du bist der LNP jetzt in 4 Sekunden. Wie ist der Glied? Auch mal kurz, wegen fahren. also das heißt christopher fährt bis jetzt im ersten sind kommt dann in den zweiten richtig ja fährt einer von euch sagen ich sage jetzt einfach magic fährt dann fährt märz dann fährt schule und dann würde ich wieder fahren das heißt jetzt noch ein bisschen pausen so dass ich jetzt vielleicht dann sagt jetzt einfach mal schlafen könnte oder sowas drei vier uhr morgens dann schlafe ich halt bis um zehn ist mir auch egal 19 minuten hast noch zeit dann aber 10 keine ahnung können wir ausrechnen warte ich rechne mal aus das sind immer 55 minuten pro stint 150 pro fahrer ja christoph verschrecken zu halte 60 ist der eine gerade übers gras gefahren ja auch wenn es abgehoben na eben auch die wie lang geht denn der stint hier noch ungefähr der erste und er sagt einfach sechsein halb stunden und ja es ist ja egal zehn minuten ich mache jetzt nur ganz grob 400 400 minuten dem 400 minuten 60 sind das wäre schon 46 6 1 halb stunden circa wärst du dann wieder dran wenn wir jetzt die reihenfolge machen würden das ist jeder müsstest du in sechs stunden da sein ungefähr sechs sechseinhalb so falls alles sauber durchläuft nach weiß man ja alles nicht und du jetzt dann theoretisch ja was haben wir denn da dann sechs stunden vier uhr müsstest du da sein dann stelle ich mir ein wecker für 3 30 du möchtest ja 33 ist dann alles hilft dann werde ich schon mal kurz wach und so weiter weißt du müssen halt immer gucken wir müssen halt irgendwie noch schauen dass halt mindestens zwei leute da also ein fahrer plus ein spotter da ist das ist ja klar das müsste man schon gucken wach macht einfach durch ihr kennt das problem ist ich bin ja nur heute morgen wach ich bin um sie schon einer kommt rechts auf die strecke und wir haben hier sechs stunden von dem spiel gesessen bis endlich los geht es muss anerkannt werden während ihr da ausgeschlafen habt sieht nicht während ihr bis sieben uhr ausgeschlafen hat wir schauen einfach wie es einem geht also wenn der tim sagt er würde um halb vier wieder da sein oder was oder am 3 ich habe ich mir jetzt wecker gestellt genau weil um vier uhr würde dein ja bei mir ungefähr beginnen ja wenn es ein bisschen früher ist bisschen später dann alles gut auf jeden fall da dann wünscht ich würde gleich was essen oder sowas und wird dann auch versuchen wenigstens ein paar stunden zu schlafen so vier fünf stunden ja und dann halt der dazukommen muss mal gucken wer dann dich begleitet das muss man halt bis dahin noch schauen wir müssen ja erstmal noch alle fahren und dann mal gucken ist ja kein stress ich kann auch ich könnte auch ins sind oder sowas alleine fahren ist im schlimmsten fall ist nicht mehr für mich kein problem ich sag's nur aber gucken wir dann einfach zur not macht schulde halt einfach weil dann er ist danach der ist der schichtdienste gewohnt immer früh auf der baustelle alter interessiert gar nicht wichtig muss der einzug noch mal in der woche verschoben werden das ist kein problem oder das war ja das komische als schulde und seine frau hier waren vor zwei jahren oder so und sie ihn dann immer stefan genannt hat das war für mich auch voll ungewohnt der schulde stefan heißt wie ich alle 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 mich erinnert haben das hat mich ja genau man kennt sich ja nicht so nach vom namen her aber es ist immer so aber cooles wochenende kann man ja anders sagen auf jeden fall auf jeden fall war so besoffen den tag wo wir angekommen sind alter ich habe da richtig kopf das war die pizza jetzt hatten denn gegen neumarkt genau die hat es geregelt die haben die fettige pizza aber die war gut also generell weil pizza fertig ist das ist dann schon mal praktisch für einen kater nach nachher geht das auch noch mal schnell aber hinten rechts mal schön gelöst super sehr gut ja gleich kommt dann noch der lmpzoo nach rechts im innen rechts er hat ihm klingt aber nach dem plan das ist ja immer so eine fiese zeit so nach drei uhr wenn du dann schon ein paar stunden gepennt hast dann bist du wenigstens halbwegs na also ich würde mich dann auch glaube ich jetzt oder gleich auskünften machen jetzt auf dem ipad an oder sowas versuch einfach ein bisschen zu schlafen ja wenn du möchtest singe ich dir erzähle ich dir eine gute nachgeschichte dann im streamer wenn es dem fahrer nicht stört ich möchte mich dann im discord und erzähle dir eine gute nachgeschichte kann ich ja nicht einschlafen da muss ja so ran zu sehen das nicht ja gar nicht kommt den jungen sind menschen ist schon vorbei stecken jetzt hat das sandmännchen verpasst christopher muss sich konzentrieren rechts lmp 2 der jükser wird sich jetzt ausklicken einfach weg erst gestellt wenn um die zeit dann wieder da und dann haben wir das auch schon weißt du dann macht sich dann fährt jeder von uns und dann versuchen die reihenfolge schauen wir einfach spontan naja naja ist ja schon mal gut das die runde dann sage ich mal später irgendwann jungs viel spaß noch was das auto auf p1 wieder daneben danke bis morgen so dann ist wenigstens ein fahrer halbwegs fit in der nacht das ist schon mal gut stellt euch nicht so an naja fährst du fährst doch durch oder bis 6 uhr morgens habt damit kein problem von sechs uhr bis zwölf uhr wieder die dauern kann erstmal jeden einmal eine runde drehen lassen ja oder zwei besser gesagt zwei durchläufer dann sind wir ja wir haben wir ja gerade ausgleichen das vier uhr dran wenn jeder einmal fährt arbeit mit gepaus schau mal gerade richtung p2 meint so ja so ist 30 immer noch unverändert 35 klasse unverändert das war immer noch da drin mit 2,7 k der soto nach der fährt die ganze zeit hat er gesagt bis jetzt weiter ok michael kaskar die ziel und die kassel hinterher mit drei direkt auf wenn da haben sie bei den einzufig lassen was sind die teamkollegen aber sowas muss man immer beide durchlassen aber ich guck mal, was die anderen machen oh, haben sie wieder zwei Plätze vorgelegt, dann fehlt zwölf jetzt die Karsen ist gerade entfallen oh, die sieht aber schon krumm aus wie ich die haben ja auch die Arschkarte, die haben alles in die Fels was ist los? wieder krumm oder was? ja, vorne ist ein bisschen krumm achso, ja, das war eben schon, ja oh, vor sich, vor sich oh ja, links ein bisschen hier dabei sein, bitte das war heftig aber kam nicht mal der gelbe Flagge nee, ich hab's gesehen Gott sei Dank na, ich hatte die TV-Kamera, da konnte ich's in dem Moment nicht sehen ein bisschen Letzte schon oder? zwei runden hast du noch spritt kann es noch zwei runden fahren stopp war wahrscheinlich schon eingestellt aber ich gucke noch mal reifen sind jetzt drinnen die sollen ja raus dann macht sie noch aus meff du bist gerade drinnen bei ebner davon kann es ja noch mal verwenden so nächster lmp 2 hinter dir kommt rechts das ist ja keine absicht was war denn noch standard jetzt der wunde ja das lange hören wollen ist irgendwie incident ich sehe aber noch nicht da ist wieder einmal blinken vor dir ich kann ihn nicht sehen der schon wieder ja ja so rechts kommt einer von der war er fremst sich direkt wieder den habe ich gesehen island um aufgabe ich weiß nicht irgendwann mal ein auto ist immer noch alles frei ob sie stopp ist vorbereitet naja 1,1 runden dann musst du jetzt rein noch ja die fährt auch startnummer 369 und ich bin auch alleine bis jetzt ok ja er kann sich aber ohne den zweiten fahrer zu registrieren gar nicht anmelden ne da sind zwei registriert aber nur einer drin deswegen ich denke mal mit 1,5 Meter ne und lieber zu früh und zu spät bremsen und wir haben relativ weit vorne unser Bus ja also direkt vorne am Eingang beim zum ja man wird beim ich ja bei es kann es g ja ich sehr schöner stand auf jeden fall war ja schön konstant wenigstens 87 und ja noch wenn er gerade eingefahren die reifen 87 wir können dreistin zeigen die pro satz waren bei tim waren 86 also ähnliches nicht auf jeden fall ja es fast der klasse car approaching as traffic approaching watch your mirrors der ist jetzt weg hinter den ferrari denn den kann er hinter sich lassen na perfekt ich meine was das so du noch ja da geht in zwei rund späteren wie immer ich meine ob die tauschen weil der andere ist auf jeden fall da und der muss 102 runden sind gefahren muss schon 96 runden fahren vielleicht kommt wieder ein lmp 2 der führende platz 25 zu ernex erst über rechts der führende kommt auch gleich vier sekunden cap ist noch links ist noch längst immer noch links achtung links jetzt kannst du durch wunderbar jetzt hat er aufgelassen genau und jetzt kommt der p1 ist der lmp 2 noch der fast abgeräumt das war ja nicht viel zieht dir einfach vor den das war wirklich unnötig von dem wochen lmp da kommt richtig angeballert aber bleibt dahinter dann auf einmal aber ich habe keinen kontakt angezeigt bekommen aber ich habe es gehört ja der p2 der alejandro so gut der 2,7 k das heißt der andere das muss gottenschlecht sein hat nicht vom rating na ja ich sag ja unser unser rating spiegelt ja nicht unsere unser können wieder weil wir meistens mit strecke fahren christopher hat nur 1,1 und fährt hier die bestzeiten stellenweise pro runde also eben war eine rechte na ja klar aber dennoch heißt nicht viel der porsche verbraucht weniger schaden habe ich kein oder so kannst du dennoch tun ich kann doch mal wieder tauschen doch ich habe bleib draußen er k fer Was für ein S.O.F. haben wir denn jetzt, Anja? Das geht nur noch in der Pro-Version, ich kann das nicht mehr anzeigen. Doch, im Moment ist es. Nein, das geht nur noch mit der Pro-Version, ich kann das nicht anklicken. Bei mir ist es gesperrt. So, links. Ja, der lässt offen. 1,06. Bei mir ist es ausgekaut. Bei mir nicht. Komisch. Martin Akte. Wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich auch nur so wenig Anzeigen hier links in den Standings, weil das alles nur in der Pro-Version erweitert werden kann. Aber es ist nicht schlimm. Stimmt. Die Temperatur, die habe ich zum Beispiel gesagt. Ah, okay. Wenn es ja wahrscheinlich über ATVU und ich glaube, du kannst du gut sehen. So, nee, warte mal. Stimmt, man kann nur noch einen Topf oben links anzeigen, da kann ich auch S.O.F. dann auswählen. Ich habe hier unten nochmal separat S.O.F. da kann ich nichts klicken. LNP von rechts. Car right. Play right. So, jetzt habe ich es gefunden. 1,9 steht bei mir aber. Er ist ja bei denen noch nicht aktuell zu bestanden. Ah, egal. Was steht bei dir, Marv? 1,6. Dass er auch eher hinkommt. Ist er immer noch draußen? Immer noch. Alter. Nein, spart er ohne Ende. Deswegen fährt er als Vergleichsweise dann doch langsam, ne? Wahrscheinlich. Weil er spart. Ja. Der ist also wild mit der Lichttuppe dran. Dann gab es da wieder was. Also der andere Fahrrad von DIN, der kann nur 1,1 K haben. Anscheinend. Hab ich ja auch. Ja. Schnell, schnell genug ist trotzdem. Ja, genau. Super. Alle, du. Oh. Oh. On your right. Clear right. Right side. Hold your line. Clear right. The leader, Soto, is pitting. Okay. Let's get Soto on the box. Alright. Clear right. Incident 10. Turn 12. Und später wartet jetzt? 4. Was? Warum macht mir denn P14? Ja, weil er... Weil du hättest ihn vorbeilassen können. So nach dem Motto. Hast du. Okay, Michael. Keep doing what you're doing. It's a spot up. You're in the lead. You're in the lead. So, wieder P1. Über Box. Soto steht noch. It's a faster class car behind. Soto fährt wieder los. Haben wir immer noch keinen Fahrerwechsel gemacht. Der hat aber eine starke Blase. Naja, vielleicht fährt er ja auch alleine durch und dann wird er eh disqualifiziert. Haha. Na, andere Fahrer sind aber da, sagte man. Wenn die nur zu zweit sind, dann... Vielleicht halten sie sich die in 12, 12 Uhr auf oder was? Vielleicht fahren die dann immer so vier Stunden am Stück oder so, ne? Kann ja sein. LMP kommt. Okay. Das Eye Rating von den anderen ist 877. Okay. Das ist ja auch ein Kontrast. 2,7K zu 0,8K. und wahrscheinlich zum PUSHen. Na. Okay. Okay. On your right. Hold your line. Hold your line. Clear right. Okay. Untertitelung. BR 2018 Okay, Michael, there's a faster car approaching. Good consistency. Keep them coming. Left side. Still there. Clear left. Faster car approaching. He's racing us for position. Don't expect a blue. LMP bleibt hinter dir. So, die ersten drei Stunden rum. Nur noch 19 Stunden. Ne, 21 Stunden. Nur noch 21 Stunden. Wer will denn als nächstes fahren? Am besten richten wir das so ein bisschen damit aus, wer dann später wieder mit Tim fährt, ne? Wegen Ruhezeit. Ja, komm, dann mach ich das. Dass du dich danach nochmal ins Bett legst, oder was? Ja. Also jetzt fährst und dann was penst und dann mit Tim weitermachst, oder was? Genau. Wenn das für euch okay ist. Naja. Nee, eigentlich nicht. Entschuldigung hat keiner gefragt. Warte, mich hat keiner gefragt? Ja. Ja, aber macht ja Sinn, oder? Wenn Meth dann sagt, er wird dann um 4 Uhr wieder weitermachen. Masterclass car approaching. Dann fahren wir beiden halt nach Meth. Ja. Und dann kann er da pennen. Und wenn wir dann offline gehen, dann sind Tim und Meth wieder da. Und ja, haben die Scott Travis leckt nicht mehr. In Australien sind die Leitungen wieder stabiler. Ja, der ja. Dschungelcamp ist wieder aus. Ja. Der Dipping ist ja auch untergesungen. Nur bei 233. Komm, musst du denn morgen wieder auf die Baustelle Schulle? Ja, so 7,8 herum. Ach, morgens, direkt früh. Bis wann? Bis ich wieder Feierabend mache. Ja, ich will ein bisschen was schon finden. Ja, genau. Weil Christopher ist ja erst mittags wieder da, ne? Ja, ich versuch denn eigentlich so, ja, mal gucken, ob ich noch vorankomme. Also ich bin ja da per WhatsApp und ich kann ja dann schreiben, wann ich in etwa wieder da bin, dann könnte er mich dann quasi wieder einpacken. Okay, okay. Also ich sag mal so, ich glaub Tim nur nicht, wie können auch zweimal doch uns fahren. Nee, das Problem ist, wenn ihr zu viel fahrt, müssen wir noch mehr fahren. Nee, ich wäre ja morgens auch wieder da, ne? Ja, das ist klar. Ja. Ich bin ja da auf jeden Fall ab morgens dann wieder. Nur ihr wollt ja dann wahrscheinlich auch pennen irgendwann richtig. Dann ist keiner mehr da außer ich wahrscheinlich. Alles gut. Alles gut. Das war dann auch verscharrt. Segen wir hin, Schick. Ja. Aber für mich wäre es auch nicht schlimm, irgendwie ohne Spotter zu fahren. Das geht. Ich habe die Relatives, ne? Nein. Das wäre nicht schlimm. Ohne Spotter, Scheiße. Ja, ist natürlich einfacher mit Spotter, was klar war. Schauen wir mal. Aber haben wir zumindest schon mal so einen groben Plan für die Nacht, jetzt auf jeden Fall. Ja. Weil beim Team so ist es auch so. Gucken wir mal. Und ich bin nachts gefahren. Wenden wir ein bisschen qualmender Reifen. Ja, wir waren ja rein. Und jetzt spottet ihn, Mau. Da ist sehr viel Verkehr gerade. LMP hinter dir. Hier links. Nee, zurück. Ja, Porsche und seine Lichthuppe, die liebt da ja. Aber, Alter. Im Hintergrund. Junge, Junge, Junge. Für was macht er das? Keine Ahnung, weil geil ist. Wir machen wieder Minus hier, Follower heute. Ja, Unverschämtheit, ne? Dass wir selber fahren. Das ist böse. Böse, böse, böse. Da steht einer rückwärts. Oh, ich hatte Teil U-KD. Alter. Und keine Flagge an, oder? Nee. Nix gehört. Nix. Mir hast du blau angezeigt. Ja, blau, ja. Das ist doch Mist. Right side. Okay, Michael. Wir retten. 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 Boah. Ah, weißt du warum da kein Dad gekriegt hat, ja? Na? Weil der rechts an der Wand stand. Naja, und? In echt würde da, würde, würde da... Da überall die Jelenflaggen... Hier. Bei den Amis? Glaube ich nicht. Da sind die Amis echt eiskalt. Wie ist denn der Gap? Boah... Ähm... Minus eine Runde steht bei mir. Oh. Ich kann da jetzt auch nichts mehr sehen hier. Der Stand da länger und was reparieren lassen war, wahrscheinlich in dem Boxenstopp. Ne, der Stand gar nicht lange. Okay. Aber vielleicht hat der Ufer gebaut. Ja, Minus einer. Der Soto, ja? Wie heißt denn der Team bei dem? Äh, 12 AMS. Ah, ja. 12 M-A-S, ja. Okay. Der ist in Runde 107. Und schon sind in Runde... 108. Letzte Runde war eine 42.7. Da war es schon mal nicht. Ja, der hat nichts. Ja, der hat nichts. Da ist sowas. Nein. Mir fährt jetzt gerade an der Boxen-Einfahrt vorbei. Ja, aber warum ist er eh eine Runde zurück? Oder ist das denn ein Anzeige-Fehler? Ist das ein Anzeige-Fehler? 100%ig. Ja. Was kam jetzt über Start-Ziel? Immer noch. Der hat Minus 7 und wir haben Minus 6. Und Christoph war es gerade immer mal. Hm. Aber es ist ja auch real. Wir konzentrieren uns auf uns. Ja. Ab und zu klar mal gucken, was Gap sagt und dann... Mir ging es nur darum, ob ich die Lücke konstant halte oder nicht. Ja, also die ist jetzt ruhig geworden. Äh, das... Ja... Ja. Wenn ich es hochrechne, sind es irgendwie 44 Sekunden aktuell, wenn ich mich nicht vertue. Kunde, da sind zwei Autos dazwischen. Da sind noch zwei LMPs jetzt dazwischen dann. Laut meinem ATVO. Guck, dann kannst du doch ganz einfach gucken. Wo? Wenn wir jetzt gleich überziehen sind, dann läuft die Zeit doch neu, die Rundenzelt. Ja. Und dann guckst du, wann er wieder über die Saison kommt. Warte, ich mach's jetzt mal ganz ungefähr. 18.07. Ja, schon 15.07 Sekunden. So, wir haben jetzt Lab 109. 1, 2, 1, SN Lab 108. Kommt ja dann auch in 109 gleich. Nö, der ist so eine halbe Runde weg ungefähr. Laut iRacing UI ist der in Runde 108 Grad. Ging soll also in 109 drin. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und dann. Okay, Michael. Und seit du in der selben Runde? Jetzt. Ende. Moment. Seit du 46. Hä? Ja, Mann. Ja. Hypo. egal aber ist so so lmp dann gleich nach der schikane ja oder hat das mit dem für unseren lmp 1 auf jeden fall ist er fünf sekunden weg vorhin waren wir immer bei 31 sekunden irgendwas war ja das hat sicher mit dem führenden lmp 1 bei unserer abstand von 6 oder 7 wird ja auch den gerechnet als er das gäbe zu p1 richtig der hat den schon überrundet und mich noch nicht ein weiteres mal deswegen steht auch eine lab lmp 1 2 3 stücke sind die fast gegenwärtig abgeräumt der letzte boxe stopp dauerte 25 sekunden länger die haben wir irgendwie die reifen gewechselt was macht er denn so drei lmp 2 dann gleich gucken was wir machen da ja sehr schön ja jetzt hat das dann doch gemerkt na dass man warten sollte man fehlt manchmal kann es jetzt schön alle oben vorbeilassen im stil sollte man gar nicht versuchten müssen wo es wie weit der mit kontrollern wieder jetzt habe ich ja habe ich ausgabe die tastatur dann fällt das ad 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 so der verzögert hinter der alles entspannt jetzt sind die behind 90 sekunden das muss mit diesem teiler zusammenhängen wir gerade überrufen na der kommt hier und wer kann der soto kommt hier gerade schwer durchs feld mit den überrundungen auch im infield gerade hinter p18 geklemmt und so das hat ja mit diesem teiler zu tun lmp 2 weil der auch in der gleichen runde ist wie wir der wird mir jetzt auf ahead angezeigt plus drei sekunden stimmt der hat sechs runden oder sieben runden rückstand auf den ersten in seiner klasse naja der ist in der gleichen runde wie wir ja und eben planten in der gesamten klasse jetzt vor uns genau und deswegen stand es gerade mit diesem bei hinten schon minus eine runde steht in lmp aber alles gut und man glaubt schon immer gar nicht mehr dass ja ich wollte gerade sagen bei yellow fleck ist er hier standard ganz schwierig die v3 ist ein bisschen besser so lmp kommt hinten angeballert kommt vorbei geht jetzt über außen weiter dahinter direkt hoch fangen sie kollegen sonst bieten wir noch schau mal ja fast 24 20 so p2 und p13 dann kommen gleich noch mal zwei die sollten nicht aber vor der schikaner die haben ja die werden jetzt außen die werden oben vorbeikommen jetzt schon mal der erste aber wir haben mit die überrundung echt viel glück schon das ganze rennen bis jetzt also die thematik gerade ich probleme gab es eine zeitlang er hat immer umfältige dinge aber hat er immer gut gelöst war man so ist ja ein see mitten in der strecke nach wenn wir gerade in der helikamera auf musste ich wirklich nicht dass hier ein see ist wie viele runden habe ich noch hinter der rennstrecke sonne landebahn okay nichts hin als letztes noch 27 minuten circa christopher reicht ein spät ist so voll jetzt ist ja manchmal dass zum beton und verfahren wird gesagt die etwas von bei hinten gelandet also in der nester denn die jungen sind nicht krank und die da machen kurschen vor jedem rennen die gefallenen soldaten nationalen und voll die zeremonie danach haben wahrscheinlich das und das vergeben gut jetzt jetzt das letzte jahr natürlich nicht so klar aber wenn die motorvision sagt 8 uhr übertragung anfangen ja das rennt fängt es mal zehn aber die amy sind süße da richtig gelassen weil auch die familien sind an den strecken selbst die frauen die hängen dann am kommandostand immer noch so 45 46 sekunden richtung p2 hinter dir der leckt noch ein bisschen der jetzt kommt der lmp ja 250 kommt aus hispano america amerika ja hispano was ist das gelingen lateinamerika ja das ist mir schon klar dass das baum aber das landkollegen sagt mir nichts welches land ist da nur amerika ja hispano amerika hispano ist der spanische begriff für die aus spanien stammenden lateinamerikaner also das ist kein land hispano amerika sondern die bezeichnung für die lateinamerikaner lmp rechts bei bei also nächstes team raus wie viele autos haben wir noch auf der strecke 51 wenn ich richtig sehe oder ja 51 fährt noch auf jeden fall und quasi die jahre ist das ist es noch nur der kasten pitchmann 6 deutsche teams aus dem deutschsprachigen raum so gleich nähern sich noch wieder 2 lmt 2 siehste, jetzt zeigt er wieder minus eine runde an wo siehste das? bei lap timing, F1 das steht da, minus eine runde und weil dieser brendon hinter uns ist, der in der gleichen runde ist sobald der uns überholt hat, steht gleich die rundenzahl, äh, der abstand wieder so, wenn er jetzt in der gleichen Linie kommt, dann steht da wieder die Zeit also, man kann den So, ob ich hier der LMP-Task kommt 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 So, LMP links Immer noch links Immer noch LMP unten So, ob ich hier der LMP-Task kommt So, ob ich hier der LMP-Task kommt Gut gemacht So, ob ich hier der LMP-Task kommt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 was hat sie nach zwölf insgesamt nach kurz vor lang ist gleich 12 10 10 12 14 15 16 16 21 22 22 23 23 23 24 25 29 29 31 32 33 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39 39 41 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 war kurz raus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Drei Runden, Marv. Zu putschen. Ja. Was steht hier anscheinend? Hä? Ist Tim wieder da? Nee, Tim ist aus dem Discord nicht rausgegangen. Ach so, deswegen. Okay. Kann ich schon sagen, er wollte auch halt schlafen. Oh, der LMP ist daneben. Wenn der Penner sich nicht erscheinen kann, dann muss er hinter mir bleiben. Okay, Michael. There's a faster car approaching. Blue flag. Blue flag. Left side. Hold your line. Still there. Hold your line. Still there. Clear left. Blue flag. Sector 1 ist 0.44, off the pace. Sector 2 ist 0.9, off the pace. Sector 3 ist 1.1 seconds, off the pace. Was blinkt der Penner da mit der Porschwelle? D nauhaarling ist von Flipstream Racing. Da grüßt er dich einfach nur net. Naja, weils ich nur geholt hab. ist doch müller der hat ist auch der kommentiert auch relativ häufig bei uns ist doch nicht über den kämmer doch so hat er nicht nur nett gegrüßt muss natürlich erst mal ausrasten die könnte mir anders schlimmer ist die berliner aber sicher jetzt erst mal weg diese runde ja diese runde in die box 1 10 hat der märz noch was sagt denn jetzt der b kommt auch aus dem ruhrgebiet ja naja und ihr nennt euch doch selber so schon gedacht dass der schulige träger kriegt das habe ich schon so oft erlebt dass welche die die halt aus dem pod kommen kommen und sagen ja ich bin ruport kanakke ich habe schon öfter erlebt ja ist ja auch als ich kann den beleidigen nö so meine ich das nicht das ist wie wenn jetzt ein berliner bulette saß oder sowas nach dem motto das hat sie ja nicht mitbekommen sie ist denn da toll hast du den stopp vom mev eingestellt schulde alles eingestellt ja top und zwar nur traurig ja die ich könnte locker eine sekunde schneller fahren locker ist ja kann alles passieren wer weiß was noch kommt bei den anderen auch mit was ist bei dem damit in der feds mit was just paid mit 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 big brother is watching you hearing you haben wir noch mal eine optional repairzeit oder so was war 16 sekunden lassen wer soll nach dem map fahren schulde nur ich würde fahren und dich dann danach spotten wenn du möchtest von mir danach gehe ich aber pennen muss mich dann wach halten in meinem sind muss ich mir irgendwas erzählen wenn ich schnarche dann wirst du bescheid das hatte ich mit dem toby schon in der nacht da bin ich auch eingereizt und dann sagt oder soto ist hinter dem er fährt immer noch ein der fährt seit viereinhalb stunden waren dann 0 0 0 5 0 0 0 Ich bin ein. Ein Group von faster Fahrzeugen auf dich steckt. A blue flag. hab ich dir gezeigt mit der scheiß borsche war hab schon alle drei fliegen sehen schulde ich bin zum sturm pf1 wird unbedingt vorbei aber es ist ja genug abstand jetzt wieder so so Untertitelung. BR 2018 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 Achtung rechts, der kommt wieder rein B1 kommt gleich von der LNP-Klasse Den nutze ich durch LNP-Klasse Achtung 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 Sektor 1 ist 1.7, off the pace Sektor 2 ist 0.33, off the pace Sektor 3 ist 0.40, off the pace Sektor 3 ist 0.40, off the pace Clear right Sektor 4 ist 0.40, off the pace 3,0, off the pace Sektor 5 ist 0.40, off the pace Ja, der kommt immer, wenn es auf die Geraden geht, mich gut weg. Komm, ich kipp ihn jetzt in die Endbahn. Oh, du hast gerade gemacht, 1.43, 5.1. Blue flag. Car behinds a faster class. Ahem. Blue flag. Blue flag. Hey. Oh, da... Oh, deus. Oh, debe. Blue Flag That lap time was 142.32, blue flag There's a group of faster cars behind Blue Flag Alter, wie lebt ihr da? Jetzt lässt er alle vorbei auf dem Oval und jetzt macht er wieder Druck Blue Flag Blue Flag Faster cars approaching On your left Hold your line Hold your line Stay left So, zurückgerundet Sehr gut Car right Clear right That was 142.80 Right side Clear right Blue Flag There's a group of faster cars bearing down on you Blue Flag Eeh 으으으으 Uh 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 O.K.: On your right. Clear right. wie lang ist ein christopher eben gefahren eigentlich also der zweite stil zwar mal mein nur wegen seiner statistik da so left side clear left clear left car left hold your line blue flag hold your line clear left right side clear right okay immer in der kippen ja und das ja okay michael fast a class car approaching blue flag 개 seltsen denk k k k k k Ahem. Fast-A-Class car behind. Blue Flag The leader, Soto, is pitting Blue Flag Okay, Michael, there is a faster car approaching. The race was normally there. What was there? The race. The race is a lot of fun. The race is a lot of fun. The race is a lot of fun. But as I said, it will always happen. What happens in the many hours. Not only a half of the race. Five hours have we right full. Yeah, more. Top 10 will not be done. What is going on? Yeah. We will see. 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 aber die vor dir sind halt ja sind alle langsamer aber trotzdem die runden holt es ja nicht mehr auf klar das dauert natürlich ewig aber die nacht steht bevor wissen wir doch auch da kommen auch mal die ein oder anderen patzer von den anderen mal und sie übermüdet sind gleich das kann natürlich uns auch passieren das klar mal schauen und und Wir sind in 7, 10, 10, 5. On your left. Yellow flag, caution. Clear left. Jetzt startet wieder, alles gut. Es kommt einige LMPs hier hinter dir, aber die kannst du ja dann auf mobile lassen. Alter, was soll das? Ey, was ist das für eine Jo? Es war wieder ein Netcode, ne? War knapp, aber keine Berührung eigentlich. Oh, da kommen noch drei Stück jetzt. Was die mal schön alle durch, dann hast du ein bisschen Ruhe. Zwei noch hinter dir. Nur die kommen nicht vorbei. Es liegt in der Box hinter dir. fast zur luft musste zwei drei sekunden schneller als platz 18 und 19 sind die weg ja die 19 eine minute 30 eine minute 31 stimmt jetzt ja vorhin zurück über 100 kann es ja mal hochrechnen die pro runde ein bisschen schnelleren 90 runden also in dem fall war es jetzt zwei sekunden schneller der hatte nämlich eine 44 7 und platz 18 44 5 aber klar sind natürlich einige 45 50 runden so 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 Blue Flag Opera LMP, links There's a faster class car approaching Clear left Blue Flag Boah, am nächsten würde ich die sofort so abschießen, ne? Da hat sich da echt mal reingequetscht, gerade im letzten Moment, ja Würde ich so am nächsten einfach reinziehen und klatschen und knallen lassen Wenn mal Ruhe bewahren Das hat mir jetzt 1,5 Sekunden gekostet, Scheiße Das macht aktuell aber auch nicht viel mehr bei der Position Doch, für mich ja Warum fahren die mit ihren LMPs immer in die Mitte von der Bahn? Sind sie doof? Das hat ihnen dann 500er Ping wieder, ey, dann holen wir da Oh, Marv Senna ist auch ein bisschen erhöht Der war nämlich gerade weg Kurz mal bei mir Echt? Bei mir nicht? Okay Ich kann ihn sehen die ganze Zeit Fünf Stunden haben wir voll Aber wir haben gerade mal ausgerechnet, bei der Pace bräuchte mal so ca. 45 Runden, um an P19 zu kommen 45 Runden Ja Alter Falter Ja, die sind eine Minute, anderthalb Minuten ungefähr entfernt Links Anderthalb Minuten sind die weg Runden Right side Clear right would I theirs Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da kommt mal wieder ein LMP, nach kleinerer Pause Schauen wir mal, ist ja hier ideal So, schon mal was zu trinken, bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Yellow Flag, Caution Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind in Turn 1. Ich bin der Flach, ich bin der Wettbewerb, ich bin der Flach. Untertitelung des ZDF, 2020 B19 Okay Michael, it's a faster class car approaching. Der Manni, der Manni, guten Tag, das ist ja dieser dicke Ossi, der im Westen gezogen ist. Ja, der kommt auch bei dir her, ne? Ja, naja, in der schlimmeren Ecke. Alles fit bei dir Manni? Der BMW ist gerade ausgefahren. Ja, ja, sind schon die ersten Fahrer mit Sekundenschlaf unterwegs. Also die Fehler vermehren sich halt in der Nacht, ne? Ja, ja, klar. Wie auf Sparda, hast du das auch gemerkt nachts? Ja. Ja, alles bestens Manni, danke, danke. Alles bestens. Wir schlagen uns so ein bisschen die Nacht um die Ohren hier gemütlich. Wir haben gesagt, wir haben Langeweile, wir fahren mal hier wieder 24 Stunden. Genau, mal schön ein 24er fahren. Du hast doch eben die Repair Time noch gemacht, die 16 Sekunden, ne? Und? Hat sich was verändert? Nix gebracht? Wir sagen schlechten Menschen jetzt immer gut. Wie Schule sich direkt angesprochen fühlt bei dicker Bulette. Ja, Bulette für den Berliner. Ja, ja. Frikadellen ist das bei euch, ne? Die Bulette. Oder beziehungsweise die Frikadellen heißen bei euch Buletten, ne? Ja, aber das ist ja falsch. Es heißt eigentlich überall Bulette. Ihr quatscht nur um so ne komischen Wörter. Das ist Quatsch, ne? Ja, wie ihr zur Pfannkuchen, äh, 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 na, Berliner sagt. Blödsinn, echt. Zum Pfannkuchen, Berliner? Achso. Äh, ne, oh, das wird jetzt wieder kompliziert. Das war jetzt falsch, ne, ne. Ja, ne, bei uns ist, ach Gott, ne, jetzt sieht das wieder los. Ne, Lars ist besser. Wird zu kompliziert. Das überanstrengt uns hier noch, Schule. Wir müssen unsere Kräfte gut einteilen heute. 42.0. Perfekt. Inzident Turn 1. Inzident Turn 1. Von weg. LMP. OP 19. Sind wir. Über Box, ne? Muss ja. Ja, Manni. Ich hab's kurz überlegt. Ne, ich will das jetzt auch gar nicht erklären. Ich will das nicht erklären. Ne, ich will eure Ossi-Geschichten noch nicht hören. Ey, Bräuchchen. Will dich gar nicht hören. Ah, ja. Dieses Jahr kommst du bestimmt mal in den Osten und dann mach ich dich fertig, Alter. Ja, das ist nicht. Ja, das ist ein Flag. Big House Party bei Schule. Alle sind eingeladen. Nein, ich bin nicht. Da passen noch viele rein in deinen Palast. Ne, 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 ne. schön am rück überrunden hier der märzner runde für runde auch wenn die das nicht so mögen das interessiert mich nicht die macht wieder blinky blinky machen die da wieder reingestochen mannig schon ja die mannig macht macht nur quatsch denn verbrannte erde das auto ist einmal in der wand gelandet da gab es dann zwölf minuten reparaturzeit da hat es dem christ das hecke ausgehebelt in der wie heißt sie noch was top schikane ich weiß nicht wie die heißt nicht wahr ich bin doch gar nicht gefahren man ich bin nachher erst dran ist doch war der hat da ein bisschen zu weit den körper nach stunden kam ich schmeiße die karte erst nachher wenn ich wenn ich dran bin wenn sie kann man wirklich müssen weil er gegen gelingt ja das heck wurde ja leicht durch den körper namens hat es ja auch ein bisschen leicht gemacht gehebelt ach beim naschen ist der jules auch direkt wieder da das wird der kunden hat er wieder da juli läuft es bei euch ach der ist gerade aufgestanden du hast ein leben die jungs habe ich gesehen ja p9 ok und sich wieder vor gekämpft jetzt jules ist gerade aufgestanden wann ist denn dein stint jules von fährst du fahren wir zusammen oder was um fünf uhr erst ok da bin ich im bett wahrscheinlich leider nicht wir sind den unterschiedlichen split so klar dem viel höheres rating ja und wieder klappt es mal wenn wenn es nicht so viele anmeldungen gibt genannten vln haben wir schon auf die schafft ja aber klar die anderen dann natürlich ein höheres rating team rating und wer wie du schon sagst bei so vielen splits hier ist das schon ein zufall es macht kleine drifteinlage für die zuschauer die meri wollte zu viel ist eigentlich immer die kenne aufjahre kegel aus dem auto werfen und war ja mit viel sprit hat der mf dann noch 8 runden oder nicht mal in der ogen noch und dann bin ich ja gleich dran du bist dann dran schon eher in acht runden bis gleich karlite 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 Wir sind jetzt hier. Der ist aber auch noch Na, da hat er gerade einen Engkner Ja, nicht nur einen, er hat schon mehrere jetzt gehabt E19 Na, wieder ein 41er Das wird ein 41er, komm Ja 41.8 Session Ja, gut gepotten, Alter Sehr geil Platz 18 jetzt, über Box Rechts Oh, Vorsicht, nicht zu viel Ja, gut Ja, gut The car ahead, spitting now. Das war's. Platz 17 P1 hinter dir P9 LMP Blue flag P9 LMP 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 P10 LMP Weil das nicht geht! Schwung mal zurück bis vor dem Unfall und dann geht mir das Auto zu mir. Locker. Oh, 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 oh! 16th Place, about lap time was 142.40. Hier ist echt Dauer-Action auf der schnellen kleinen Strecke, ey. Das ist halt kurz, ne? Naja. 6 Kilometer los. Auf der Nordschleife hättest du in Ruhe. Naja. Dann sind alle immer durch und dann hast du ja erstmal wieder lange Ruhe. Genau. Hier ist eigentlich Dauerüberrundung. Überrundung, überrundung, überrundung. Das ist geil. Klar, es hält auch wach, ne? Als wenn jetzt hier nur so den Rundenspiel sind. Was wird da gerade so geschrien? Beginnt. Ach so. Mal sehen, wie weit wir wieder vorkommen im Laufe der Stunden. Aktuell P17 über Box. Mal gucken. Müssen wir jetzt gleich. Links. Oh. Gut abgefangen, Marv. Sauber. Wie kann man da noch so reinstecken? Schauen wir das mal aus seiner Sicht an. Naja, es ist schon recht langmäßig, was der da macht. There's an Incident in. Turn one. B17. Yellow flag. Watch out. Right side. Clear right. Blue flag. 白 flag. Is sorry. B18. B21. B31. Bw21. B21. B Elektronik. B21. Bankart. B21. B21. B22. B21. Untertitelung. BR 2018 wie lange fahren wir dann ungefähr schon wenn wir beide jetzt noch ein stint machen doch team viel zu früh mit halb vier nach wenn der mf jetzt sagen wir mal noch bis viertel vor eins ungefähr fährt naja und fährst du eine stunde 50 das wäre viertel vor zwei plus 50 minuten 3 bis jetzt in der letzten runde ok also jetzt halt der ok 23 du gibst mir um halb drei das auto dann fahre ich bis zehn vor vier richtig ungefähr ja dann kommt ja doch quatsch ich fahre bis ich kann schon gar nicht mehr rechnen 20 nach vier fahr ich oder von halb drei bis zwei oh gott ja ok naja wir gucken mal wie es überhaupt überhaupt das thema ja klar nur mal so grob gerechnet aber gut jetzt hat er gesagt er wollte so halb vier aufstehen ungefähr damit er dann ab vier uhr fit ist dann kommt es ja doch herr kommt es ja doch hin dann gehen wir geschmeidig um halb fünf ins wett schule wir sind verrückt ja ja so ein zwölf stunden rennen würde da auch tun ist jeder haut man sich am wochenende 24 rennen der boxen stop eingestellt gewesen schon ich denke mit reifen reifen tank alles drin ja lieber noch vorstellen bleibe gucken abgeguckt alles gut fünf sekunden option ok schön geballert messen alles gegeben was ging naja klar top dann hau dich aufs ohr ein bisschen jetzt ist ja auch interessant die brems balance war stelle dreht sich so der knopf wo break grund steht der blaue ok kronos mir jetzt den ersten maur gefallen details details wenn es fertig oder was ist hier los autos wiederholen ich bin ich bin nicht im spotting alles gut damit 18 jetzt wieder raus ja top gefahren wäre gut so nach hinten hast du erst mal luft kannst du erst mal warm werden nach hinten hast du ein bisschen luft der nächste nmp hat ein gap von 11 sekunden verhält sich eigentlich ganz normal also auf der bremse müssen wir aufpassen schon auch dann auch das auch schlaf gut bis später so ich gehe jetzt auch pennen schule du machst hat schon bis dann nach bis morgen ja so langsam kribbelt in den fingern aufzufahren sind 14 uhr online wir sehen uns beim nächsten Mal so auf 17 slipstream racing christoph müller 40 sekunden 40 sekunden vor uns lmp nähert sich an den kannst du jetzt hier nachher im oval lassen auf der reine auf der reine auf der reine auf der reine das lap war 1.44.02 Sektor 1 ist 1.4 ss Sektor 2 ist 0.6 ss Sektor 3 ist 0.7 ss nächster lmp im anflug eine sekunde mhm Alter was ist ja mit ihm los ey so ein trottel ja das war von ja super ah wer waren wir denn oh welche warte dann muss ich zurückspulen ey jetzt kann doch nicht sein ja der kam aufs grün und dann hat er dich nach außen gedrückt na blue flag there is a faster class car behind na 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 Ich kann es gerade nicht sehen Ich kann es gerade nicht sehen Ok Michael, es ist ein schnellerer Fahrrad zu kommen Ok Michael, es ist ein schnellerer Fahrrad zu kommen Es ist ein incident in, Turn 5 Blue flag Right side, clear right Ist das die Speedlane vor dir? Thomas Klamel Klamel Blue flag Car behind is a faster class NLP P5 hinter euch Left side Hold your line Clear left V18, Sektor 1 ist 0.6 Off the base Sektor 2 ist 0.30 Off the base Sektor 3 ist 0.35 Off the base Gut, gut LMP erstmal weg Ist an die Box gefahren Hast du erstmal Ruhe von hinten? Auf Tja Off the base Off the base stop steht einer entgegen nach der ausfahrt gegen der fahrtrichtung links jetzt achtung links man sieht doch direkt top aus hier 42 6 okay michael es fast der klasse car approaching nächster lmp ist jetzt da und rechts ja ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 44er Zeit, in der Mitte. 49 Sekunden Abstand habt ihr. 50 Sekunden Abstand, in der Mitte. 49 Sekunden Abstand, in der Mitte. 40 Sekunden Abstand. 50 Sekunden Abstand. 42 3 schöne zeit er macht nicht doch jetzt jetzt macht er recht mal sehr zögerlich jetzt erst mal lmp ruhe wie fährt sich das auto ja okay also nicht so schlimm wie er aussieht ja nene okay gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Optisch nicht Der Flügel war ja vorher schon krumm Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Blüflag. LMP kommt Right Two Two You are second off the base in sector 3 Right right ja halt rechts rechts noch recht ein profi aber sie weg gedreht war naja der piks wollte da so reinpixen oder außen eigentlich und hat es dann voll verbremsen ist geradeaus gefahren das ist wenn die leute keine ruhe haben und dann machen sie da so laufen da machen sie lieber brechstange und jetzt stehen sie im grünen irgendwo rum aber gut so sammelt halt jeder seine erfahrungen so 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 lmp kommt oben im peach man das jetzt auch ein bisschen losgewordener die 24 er konnte nur wegen dem windschatten jetzt dranbleiben immer ja vor dir p13 der fährt langsamere zeiten als du hoch hallo der leise carsten ist gerade gedreut hast du gehört gar nicht p18 aktuell kasten ja was warten los ähm warte und dann ist er leider rechts in die wand rein frontal das hatte dann zwölf minuten repair time okay aber so ist wieder okay jetzt ist er wieder repariert und fährt naja ein paar kampf fehlen ja jetzt haben wir ja auch noch haben wir ja auch noch aber euch hat das auch geschepp hat naja das war halt durfte klar da war einer eben der hat uns leicht touchiert dann ist die mauer das war ja alles noch da habe ich gesehen und streben aus dem da war es behind ne penalty im der boxen einfach geholt das war eigentlich das größere problem da war 40 Sekunden ja Tobi oder was ja 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 aber gut wir haben jetzt äh Markus ist jetzt äh drei stints sozusagen sind wir gefahren mit einem Satzreifen naja ok solange es noch kalt ist in der nacht nach 21 grad strecke aktuell zumindest bei uns ja aber ansonsten läuft drei plätze jetzt zurückgeholt seit dem crash von 21 ja lief die ganze zeit p1 der themat ordentlich vorgelegt auf jeden fall aber kann halt immer mal was passieren ist ja klar noch einer rechts zieht noch mal zurück hinter dir ich kann nicht nur ganz schwer hören casten das ist echt schlimm ich habe nur gerade groß an die anderen toll toll viel spaß weiter bis dann komisch mit dem mikrofon erst so schätze so zwei lmg hat immer ganz gut zu hören ja sonst schon aber seit ein paar tagen nicht zwei lmps im positionskampf herr die warten noch war ja die warten und da hat ihn auf der lmps drei stück insgesamt p1 kommt nämlich auch noch zwar noch hinter dir rechts hier kann es ganz so ein bisschen hoch geschehen würde ich so machen die 17 jetzt über box wahrscheinlich machen wir denn rechts und jahre es ist anstrengend hier oder normal ist es reicht auch reißt auch nicht ab der kommt da irgendwie nicht an dem vordermann vorbei da war noch nicht so verzögern da war doch nix der war da weit die noch weg wieder ins bekommen wegen so ein scheiß meine herr nicht mit es ist ein püppel so den nächsten kannst du nach der schikane dann vorbeilassen wieder nächsten hing wie schön darf oder haben weil sie das also 100 bis zur durchfahrt strafe oder muss man unter info gucken 100 incident count penalties 100 mal dann alle 20 ok ja gut abgefahren mann nix passiert alles gut habe mich aufregt der typ vor mir ist deutlich langsamer ich komme nicht dran vorbei und der macht mich irren mit seiner linie wie der fährt weißt du also ok lmt zwei oben mal der kann nicht mal gerade die linie halten jetzt kommt immer nach oben oder oder ist die karre kaputt ich kann mal gucken ok michael t12 ist das die front ist krumm ja bei deinem vordermann vielleicht liegt daran keine ahnung ich meine unser auto sieht ja auch krumm aus aber fährt man weiß es nicht platz 4 kommt jetzt lmp links weil ja wieder so beschützen hier vorne ist dieser ja weil sich die überrundung musste der irgendwie noch verzögern oder die linie verlassen wenn man auf ist st Geht in die Place. Leer left. Ja, macht er auf. Ja. Yellow flag, keep me where it's about you mate. Okay Michael, es ist ein schneller Auto zu kommen. Blue Flag. P5 LMP. Unter dir. Jetzt hast du ein bisschen Ruhe erstmal. Sektor 1 ist 0.6, off the base. Sektor 2 ist 0.38, off the base. Sektor 3 ist 1.1, off the base. Blue Flag. Bistor 2 ist 0.75, off the base. Bistor 3 ist 0.85, off the base. Bistor 4 ist 0.75, off the base. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schöne Zeit wieder hier, 42,3 Schöne Zeit wieder hier, 43,4 Aktuell der schnellste im Fels Wenn ich das hier so überblicke Schöne Zeit wieder hier, 43,4 NMP kommt oben 1,5 Sekunden hinter P8 NMP Schöne Zeit wieder hier, 43,4 an echt dann sollen sie anfangen wie sie mich die cr fahren noch mal mit dem mazda und dann können sie auch mal im lmp 2 einsteigen also ein scheiß echt alle mit niedrigen rating jetzt da unterwegs schnelles autofahren haben wir auf see bringen auch gemacht aber wir waren uns mit dem auto wenigstens sicher und sind da nicht so sinnlos rein gegrätscht und haben die leute weggedrückt und so sachen ist dann kommt nicht mal ein sorry oder sonst irgendwas heute wird mal gut in die mangel genommen zeigt zu spät den rückspiel guckt so platz sieben und acht kommen jetzt kommt noch gleich einer p9 lmp 45 inks jetzt die meisten weil mir irgendwelche idioten rennen gefahren sind ja das stimmt so elf runden hast du jetzt noch mit dem tank ich nehme dir schon mal die reifen raus so fährst du im zweiten stint sicherlich auch mit den reifen weiter ist ja klar richtig voll tanken keine reifen zack 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 okay dude 亲 der Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, damit warst du auch wieder anderthalb Sekunden schneller als P-16 Wenn du über Startziel kommst, hast du noch sieben Runden mit dem Tank Untertitelung des ZDF, 2020 B-16 Kommt er oder kommt er nicht? Nee, kommt nicht Jetzt ist er rechts Aber nee, zieht nochmal zurück Rechts Ja, um Kurzformsklinik kommt er denn Oh man, alles helfen Noch mal zwei LMP-Sets hinter dir Platz 5 und Platz 21 20 Ahem abtack so dauern oder was naja sagt das ist ein grundschiff na los kommen jetzt noch mal lmp blühe flag, ok michael, es ist ein schnelles Auto zu kommen nächster lmp hinter dir eine sekunde rechts rechts blühe flag blühe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 F**k 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 Links, versuchter, nein, zieht zurück. So, also Stop ist eingestellt, eine Runde kannst du jetzt noch fahren, neue Reifen gibt's nicht. Das war 142.42, Sektor 1 ist 0.32, auf der Passe, Sektor 2 ist 0.5, auf der Passe, Sektor 3 ist 0.38, auf der Passe. LMP hinter dir, bleibt hinter dir. Alter, links, 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 wenn wir mit Absicht drin hier fahren gerade. Da war sehr offensiv unterwegs, auf jeden Fall. Diese Runde in die Box. Und LMP hinter dir, aber ist ja jetzt entspannt erstmal. Links, 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 LMP. Box Pit Limiter Wo sind wir? Relativ früh links Ah da! Oh den sieht man sehr schlecht muss ich sagen Ich kann nicht sehen unsere Zuschauer nur von den anderen Jut 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 Ich geh mal kurz pullern Während du da stehst Bis gleich Bis gleich Bis gleich . Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ich habe den Sammarschern. Die Schmerz zu versuchen, der Skyrant ist vorbei. Aber das ist einfach das Fernsehen. Keinen Schmerz! Wir befinden uns die Schmerz! Wir befinden uns die Schmerz durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts Clear, right Blue flag All right, Michael, there's a faster car approaching Clear, right Clear, right Clear, right Clear, right Untertitelung des ZDF, 2020 The leader is petting now The leader is always a lightbulb? No Okay Okay Also habe ich jetzt nicht gesehen aus der TV-Kamera zumindest Right side On your line Clear right That last light was at 142, 128 Ist jetzt P3 überhaupt? Ja Ja Gut Gut Rechts Rechts Immer noch rechts Immer noch rechts frei Wenn er dich zu sehr stresst lässt ihn halt vorbei nachher Na ja Und Gordi feuert dich an Komm Schulle gib dir alles Schreibt er Und hat sich ne Berliner Pilsette gegönnt Na Prüsterchen Komm Wohl Ja Du bist wieder zwei Sekunden schneller als die vor dir Platz 15 und 16 Die fahren 44 mittel Die fahren 42 tief Inzident 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 Do you think it might be? Oh nein Oh Christophers Inzident Der steht irgendwo rum Von Slipstream So jetzt kommen noch zwei LMPs dazu Drei LMPs Mhm Gleich kommt das rettende Oval Gleich kommt das rettende Oval Sehr gut Jetzt kannst du die erst noch alle durchlassen Ja Alright Gleiflack 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 So da sind später noch drei LMPs jetzt hinter dir Noch einer Noch einer jetzt Links Wir haben hier keinen Platz Die lassen uns im Einlenken Es ist zum Rotzen Es ist zum Rotzen Car right Rechts 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 Noch mal rechts Still there Still there Still there Mit dem Porsche die Luft auswacht Ja Ist immer noch neben dir Das siehst du ihn jetzt wahrscheinlich Car right Gut Jetzt verbremst Aber richtig Berührt hast du nicht ne? K-Kontakt Null Okay Erfuhr plötzlich geradeaus Dafür kann ich ja auch nicht Noch LMP rechts Rechts Ja Wir sehen Ja Dafür kann ich ja nichts Naja Ist mit ihm hier Ritt alle Keine Ahnung Glaube ja Ja So nächster LMP2 Das ist ja ein Stress hier Ja ja Das ist Wahnsinn Hier Geht Ah Right side weißt sich Wait erstmal ge zwei stück oben 53 team scotty also bei uns auf dem server insgesamt 2500 teams noch einer oben also 53 hier und 2500 gesammelt 53 und 48 davon fahren noch der rest hat abgestellt aber wie man sieht ist hier noch ordentlich fast los auf der strecke quasi keine sekunde ruhe aber es hält wenigstens wach nach um die uhrzeit was natürlich anstrengend all right michael there's a faster car approaching yellow flag caution d2 lmp links die 17 und ich halte gerade die linie kein problem p3 jetzt achtung p3 gte aber der bleibt irgendwie hinter dir er hat er jetzt verzögert kann man richtig über der verzögert wir sparen da geht schon gas ja er macht den spa spar und mehr ich konnte einen pvd raus nicht erschrecken aus der box und jetzt hinter dem bmb noch mal ein doppelpack mit lmp2 mehr einer hat sich gerade verabschiedet ins grün ok die sind so unsicher hier unterwegs die lmp fahrer also viele von denen so einer sitzt da und aufgeschlossen zeigt sich links zurück ja was denn nun das dauert immer mehr zeit also dauert länger als wenn sie diesen kurzen augenblick einfach mal abwarten ja ja der war sich jetzt unsicher ob er soll oder nicht na der bleibt wirklich entspannt hinter der lmp links alter achtung schlechte linie rechts links gte links rechts rechts links rechts pass auf vor dir hinter dir über dir unter dir das ist der wahnsinnig jungen nee über dir unter dir genau von allen seiten geht es hier rund kaffee fru housing internationale hochschiac achtung da steht links einer ist der nämlich überholt hatte wohl gesagt aber das ist so okay michael ist ein fester-klasse-klasse-klasse es gibt eine Doppelpack LMP hinter dir Nächster, über oben. LNP, Doppelpack gleich. Links. 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 Niveau. Niveau. AOLL ! Good evening. Es ist ein schnelles Fahrrad zu kommen. Wie sahen meine Reifen aus nach dem ersten Boxenstab? Ich schaue mal nach, warte. 85% Wie schaut es aus, traust du dir mit meinem weiterzufahren, entsparen wir uns 25 Sekunden beim Stop. Ja, kann man ausprobieren, ich weiß es nicht, noch nie gemacht. Probiert aus, also ich finde, ich merke hier keinen Unterschied. Ja, schau mal, was du sagst am Ende von deinem Stint vom Gefühl her. Ja, läuft ganz solide eigentlich, kann man sagen. Ja, es gab halt... Am vierten Stint gab es einen kleinen Crash von einem Kollegen von uns. Da wurde ein bisschen die Mauer geküsst, hatten wir zwölf Minuten Reparaturzeit. Vorher waren wir auf P1, aber kann halt passieren. Jetzt aktuell auf P17 von P21 wieder durchgekämpft. Ja, wie gesagt, können wir mal probieren, ne, wir haben 20 Grad Strecke. Eben, deswegen nicht. So, die Hälfte der Innenkammer. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Noch nicht sieben Stunden unterwegs sind. Nicht ganz sieben Stunden. Ja, das Auto ist ein bisschen langsamer auf der Geraden, weil es ein bisschen krumm ist, wie man hier sieht. Aber ansonsten passt es. Okay, 6 kmh. 5 oder 6 kmh. Aber ansonsten passt es von den Zeiten, ja. Ich muss ja bedenken, dass hier die ganze Zeit Überrundungsverkehr ist. Genau das ist die Kovid C8, ja. Ja. Richtig. Ein paar kmh fehlen halt, aber es ist so. Man muss halt nur dran denken, dass wir für meinen zweiten Stint dann die Reifen reinsetzen, ne? Ja, genau. Ja, wenn du jetzt bei 85 warst, dann hast du nachher nochmal, ja. 70, äh, 70 bis 65. Ja. Reicht doch, dicke. Wir probieren es mal aus. Und du kriegst denn bei deinem Boxing-Stop bei dem ersten frischen Schlappen und Tim muss deine gebrauchten nochmal tragen quasi. Also der kann eigentlich seinen ganzen Stint mit deiner Reifen fahren. Eigentlich ja. Weil dann sparen wir so nochmal richtig Zeit und kommt vielleicht nochmal voran, bist du? Genau. Ja, und gerade jetzt in der Nacht. Ich meine, tagsüber wird es nachher nicht gehen, dann haben wir wahrscheinlich wieder 30 Grad oder so. Ja. Ja, macht schon Spaß und Endurance-Lauf auf jeden Fall. Ist ja nicht unser erster hier in iRacing. Ist schon ein cooles Feeling. Läuft ja, schweißt den Rücken runter, Alter. Hahaha. Gab halt leider heute ein bisschen Probleme bei iRacing. Also war erst vier Stunden später gestartet. Normal hätten wir jetzt schon die zehn Stunden voll hier. Oh, super. Gute. Läuft ja. Oh, und dann das noch weiter. subjective sortieren. Ok вовсе? In Knife. X5. 10-5. Got it. 10-5. Hbp. X5. X5. Oh, wir sind von Rems. Ja, seit kurzem haben wir GSE als Partner sozusagen, genau. Ja, richtig, seit, wollte ich jetzt nicht zwei Monaten so gefühlt, ne? Ja, ungefähr. Gotti schreibt, Schulle ist OP, overpowered, meint er wahrscheinlich. B ist ja nicht. Du fährst schneller als alle vor, ich kann jetzt gerade bis Platz 11 hier gucken, das ist so schneller, ja. Obwohl das Auto leicht krumm ist. Wieso musst du dem Volker auf die Füße treten, was ist denn los? Platz 3 jetzt gleich hinter dir. Eine Sekunde. Achso, wegen Affiliate-Kling, okay. Oh, er bleibt schon hinter dir, oben jetzt. Right side. Play right. So, jetzt hast du erst mal ein paar Sekunden Luft nach hinten, dann wäre das nächste ist dann P1 der LMP-Klasse, über sieben Sekunden. Achso, ihr kennt euch doch aus Schulzeiten, ist ja witzig. So klein ist die Welt. Turn 1 war ein Incident, gucken, ich seh noch nichts. Wahrscheinlich wieder weg. Ja, cool, cool. P1 hinter dir. Eine Sekunde. Neue Flag. G1 rechts. Ja, finden wir auch geil, auf jeden Fall. Was GSE da auf die Beine gestellt hat und auch noch vor hat, definitiv. Oh, das kann es doch nicht geben. Slow down, oder was? Ja, sicher, weil die diese scheiß Schikane alle nicht fahren können. Die fahren da rinnen, ey, als wenn sie, weiß ich nicht, Sonntag spazieren mit dem Fahrrad machen. Drei Sekunden halt bekommen. Drei Sekunden, okay. Scheiße. Das magst du nicht, wenn da einer vor dir fährt, mach's. Ja, nee, nicht, wenn da einer vor mir fährt, das hat ja mit anderen Okian-Seiten geklappt. Aber bei bestimmten Leuten, die vielleicht einfach lieber nur den Mast abfahren sollten. Halt deine Linie. Klar, links. Sir. Ah, nee, ey. Ja, die ist schon mal fies, die Schikane, klar. Na, einige 41er Zeiten wird schwer, dafür ist das Auto zu krumm. Dafür sieht der nicht mehr... Wie gesagt, da fehlen ein paar kmh, auch im Topspeed. LMP rechts. On your right. Clear right. Klar, Heckflügel ist weit unten. Aber dennoch merkt man's halt durch den Unfall, dass ein bisschen das Auto gelitten hat. Der ist da ganz unten, ja. Oh, ich weiß gar nicht, im Topspeed, wo waren wir da? 292 oder so? Nee, Topspeed waren knapp 300, 299, ja. Ja, das ist, like, keep you at your eye, mate. Oh, ey, ey, ey. Left side. Clear left. Vorher, ne? Mittlerweile nicht mehr, oder geht das nicht mehr? Ich meine, nee, jetzt immer so 293, 294. 5 kmh, ca. weniger. Right side. Clear right. Ja, wie gesagt, wir haben's Flügel 0 und waren soweit knapp 300, 299 ohne Fahrzeugschäden. Platz vier, LMP hinter dir, acht Zehntel. Auf jeden Fall, mal schauen, wann die Sim Expo wieder ist, ne? Ob's dieses Jahr was wird, keine Ahnung. Line. Ja, super. Danke. Ja. Sehr ungeduldig. Topf mich an. nach einer links lmp links keine ahnung generell sind die stellenweise sehr ungeduldig im infield und so nach einer links lmp von hinten ja hier sind einige unerfahrene unterwegs sie sich dann direkt so ein lmp fahrzeug nehmen und das leider nicht immer so unter kontrolle haben das haben wir jetzt schon öfter am heutigen tag festgestellt nicht 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 There's a faster class car behind Blue flag 2x LMP2 Hinter dir Einer rechts Wenn du vorbei liest, der benutzt dein Lenkrad, Alter Schubst mich nicht weg Also kurz davor, ob ich das Links Clear left Blue flag Oh, halt, aber das ist zentete hier Läuft Ich hab' Bock mehr echt Na, ist halt purer Stress hier auf der Strecke, ne Den ganzen ständigen Überrundungen Das Und wie gesagt, jeder Scheiß, ob er den anderen wegballert Und Das geht mir so ganz echt Na, wir haben ja unser Team XSRC Und die Community SRC Im Racing Center Und im Team sind wir 23 oder 25 noch Fahrer 26 26 Aber auch verschiedene Simulationen verteilt bei Racing, ACC, Airfaktor 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 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 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 7 5 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 6 7 9 9 10 9 10 10 10 19 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Werner Ahead ist pitting. die runden zeiten sind aber der judo ist ja 42.3 über eine sekunde schneller als p Okay, schon w Cep. Untertitelung des ZDF, 2020 Schönen, geträumt gerade Geträumt, die Müdigkeit kommt, ne? Ja, ja Ich merke es auch, wird es Zeit, dass ich gleich mal ins Fahren komme Der zwölf Stunden, jetzt hier dran Links Acht Runden hast du noch Sprit So, Reifen nehmen wir raus, haben wir gesagt, ne? Genau Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hmm LNP rechts Right side Play right We've just done a 143.85 Sieben Runden, ich geh mich mal fertig machen Auf Klöchen und so, bis gleich Okay There's an incident in, turn five, looks like it's Soto There's an incident in, turn five, looks like it's Soto I'm so sorry Okay, sir There's an incident in, turn five, looks like it's Soto Okay, sir Okay, sir Right Untertitelung des ZDF, 2020 Blue Flag 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 Schnell, die B6 hat in den 6. Es ist ein schnellerer Fahrrad hinter. Leise, Fahrrad. Fahrrad. So, wieder da. 4,0 Runden sagt er hier, also am besten drei. 4,0 Runden sagt er hier, also am besten drei. 5,0 Runden sagt er hier, also am besten drei. Also wir sind schneller als P1 unterwegs. Ja, nicht schlecht. So. Ich bin gerade nicht am spotten. Okay, Michael. Okay, Michael. There's a faster car approaching. Oh, was stichst du denn darin, alter? Okay. 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 Versuch mal darin zu stechen. Ruhig bleiben. Schulle hat viel Action hinter sich auf jeden Fall. Ruhig bleiben. Aber sonst läuft's. Scheiß, Marco. Scheiß. Jede Mal hast du schön wieder einen Fluss drin, wir sind das schnellste Auto im Feld und dann kommt wieder irgend so ein, weiß ich nicht, Tölpel und ruiniert dir alles wieder. Ja, aber du musst halt dem Plan sein, dass bei der Überrundung, du kannst halt die Runden Zeit nicht ständig fahren. Das ist bei uns ja auch so, ja. Du musst dich einfach zurücknehmen, rausnehmen, Platz lassen, es bringt halt nix. Du musst mit den Federn von anderen eigentlich recht und ständig. Und muss ich jetzt rindlich oder danach? Äh, zwei Runden hast du eben noch, dann müsstest du jetzt noch. Ach, scheiße, wo ist denn jetzt meine Tastatur? Mann. 1,4 hast du noch Sprit. Sonst fahr rein, wenn du das safe machen willst. Ich komm jetzt rein, ich hab die Chance voll. Komm rein. Blut geklärt jetzt, oder wie? Jetzt bin ich dran, ja. Ruhig Blut, aber das hast du ja sowieso. Normal schon, ja. Viel Spaß, ich geh jetzt noch mal ins Bett. Jo. Bis dann. Engage Limiter. Wo ist der Louis? Da vorne. Alter, ich seh den kaum. Wo steht denn der? Ah, ja, keine Ahnung. Ungefähr in der Mitte, oder was? Macht der jetzt? Ja, mach da. So, remove driver. Und dann... Relativ weit vorne ist er. Ja. Okay, warte mal, der hat auch Repairs, soll ich die auch machen? Ja, ne? 17 Sekunden. Ja, ja, mach doch. Optional Repairs. Ich seh den Lollipop-Mann gar nicht, der wird mir gar nicht angezeigt. Okay. Seh den nicht. Hm. Aber die Zeit läuft dann noch runter und so, ja? Fit Service Time läuft, Optional Repairs läuft jetzt runter. Okay. Dann muss ich die wohl nur noch mitlaufen lassen, ne? Ja. Acht Sekunden noch. Nee, nee. An eine Pumpe soll ich denken, ja, nee, so schwach ist die eigentlich nicht. Aber, trotzdem. Ich ärgere mich halt. Über mich selbst und über andere und... Ja. Ja, war ziemlich Action bei dir. Ja, so viel Inks habe ich, glaube ich, noch nie im Eben Sinn-Rennen gesammelt, Alter. Wie viel hast du? Wir sehen mich hier, 24 oder mehr. Alter, mal guck, gib mal. Mal gucken, was jetzt geht. Bei mir haut schon die Müdigkeit ordentlich rein, ey. Mal gucken, was jetzt geht. Bei mir haut schon die Müdigkeit ordentlich rein, ey. Nach zwölf Stunden jetzt. Aber ich versuche mich zu konzentrieren. Ich geh mal schnell in eine Rogen-Jiggy wohl, ja? Jo. Ja, ja, ja. Okay. Klappt. Jo, mal schaut Gotti, was geht's. Aber wie gesagt, langsam merkt man die Uhrzeit. Nachher kommen unsere Jungs, die schon ein bisschen schlafen waren. Aber jetzt versuche ich erstmal den Doppelstint hier hinzubekommen. Was hat gesagt, wenn mich hoch bin, dann riech. Es gibt den Doppelstinten hinzubekommen für Schneroute. Die Schöne muss da sache sein. Ich muss jetzt nichtalaussehen. Okay, gleich. Leer right. Yellow flag, caution. Ja, mit Gelb ist hier ein Bug. Hier steht meistens keiner. Ja, mit Gelb ist hier. 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 Auf jeden Fall sind die Reifen noch gut nach den zwei Stints. Fühlt sich noch alles sicher an. Ja, mit Gelb ist hier. 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 Ich bin einer entgegen der Fahrtrichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dar, klar, eingebaute Your lap times are increasing, come on, keep your focus Your lap times are increasing, come on, keep your focus Your lap times are increasing, come on There's an incident in international course ship Your lap times are increasing, come on, keep your focus Your lap times are increasing, come on, keep your focus Your lap times are increasing, come on, keep your focus Your lap times are increasing, come on, keep your focus Your lap times are increasing, come on, keep your focus Blue flag 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 Blue 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 He is now... ... einfahrt in a schnellen Chikane ... You are... ... in the infield No Gut. Right side. Moduline, clear right. Blue flag. There are some faster cars approaching. They're fighting for position. Yeah, you already notice that the top speed is missing. 5-6 kmh. Eh, him. There's a group of faster cars behind you. They're racing for position. Right side. Clear right, car right. Clear right. Clear right. Yellow flag. There's an incident in. Turn one. No. There's a faster car approaching. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin mal gespannt ob die anderen nachher rechtzeitig wach werden, so mitten in der Nacht Wir werden ziehen Ja Okay All right Michael, there's a faster car approaching, that's good consistency, keep it up Blue flag Blue flag Blue flag Kleiner! Kleiner! Hex-ten clean! Sixteen device Sovastikarp erging down on you. It's their class leader. Blue flag. On your left. On your left. Oh, Sven Pohl is out. Is that not Slipstream? Yes. How did you fly out? It says throughout throughput. Well, somehow he flew out of the server. I don't remember the text yet. Blue flag. There's the car behind. Car right. Blue flag. Clear right. Blue flag. I'll have another one. That's not it. Left side. Clear left. Red. Left side. Clear left. Red. 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 Okay. Okay, Michael, there's a faster car approaching. I'm now at position 16. Okay. Over the box. Blue flag. On your right. Blue flag. Play right. On your right. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stay right Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Outlap time was 143.06 Outlap time was 143.06 Outlap time was 143.06 18 musst du sein aber überrundet wir haben sie überrundet durch durch den disconnect wahrscheinlich ach schade bisschen zu weit rausgekommen da muss schon mal korrigieren die gleiche die gleiche die gleiche die gleiche die gleiche die gleiche die gehörte ist jetzt 19 Sekunden die 16 das war 143.82 10, 10, 10, turn 6. 10, 10, turn 6. 9, turn 6, turn 6. Blue flag. All right, stay right. All 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 right. Okay. All right. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yellow Flag, Caution There's a faster-class car behind, Blue Flag On your left, still there, clear left OK, Michael, there's a car exiting the pits, heads up There's a group of faster cars bearing down on you, Blue Flag OK, Blue Flag OK, Blue Car left, hold your line, clear left Left side, clear left OK, Blue Flag Good morning Das Auto sieht nicht mehr so aus, wie es vorher aussah Was passiert? Wo fangen wir an, also Christopher hat richtig, eigentlich richtig einen guten ersten Stint gefahren, der zweite war auch gut und dann kurz vor Schluss hat sich nach schnellen Schikane weggedreht und mit einem Schlag in der Mauer Ja Okay, aber ohne Gegeneinwirkung, also einfach... Ne, sehr, eine, eine Selbstschuld im Endeffekt Und, ähm, ähm, waren wir auf Platz 21 zurück Also, ganz weit nach hinten Ja Ja Ja, und jetzt versuchen wir das die ganze Zeit zu vergrenzen Ähm, Main Stint war eigentlich eine Katastrophe, weil... Ich hab 35 Inks gesammelt, weil ständig ist mir ungern in die Karre reingefahren Okay Also es war extrem, ja, ich... Wiss ich nicht, ich geb mir auch selber für die Schuld, aber trotzdem Ähm... Wir haben jetzt gerade, äh, Jig fährt gerade noch auf meinen Schlappen, mit denen ich schon, glaube ich, bestimmt gefahren bin Ja, aber geht eigentlich, oder? Es funktioniert Du kriegst jetzt, also Jig holt sich jetzt einen neuen Satz Reifen Gleich Und, ähm, du fährst dann, äh, deinen ersten mit einmal gebraucht Das heißt, du fährst deinen kompletten Stint mit gebraucht Reifen Das geht Okay Okay Geht, wir haben nur 19 Grad und, ähm, ja, wenn Marv denn kommt, der kriegt den frischen Schlappendruck quasi Ja, perfekt Also fahr ich, sozusagen, Jig fährt jetzt noch einen Stint Ja Der kommt gleich in die Box Kriegt neue Reifen Dann fahr ich einen Doppel-Stint mit Jig sozusagen angefahrenen Reifen Und dann fährt Mev nach mir, äh, kriegt neue Reifen wieder Ja, genau Okay, gut Äh Ähm, ist sonst jemand bei uns noch in der Runde? Oder ist kritisch? Wie in der Runde? Ja, das heißt, dass wir zum Beispiel, ähm, 20 Rundenrückstand haben auf den ersten Und fünf vor uns auch noch 20 Rundenrückstand auf den ersten haben, weißt du? Nee, wir haben jetzt auf dem ersten Platz haben wir Okay Very little fuel left In this lap box In this lap, please, Michael Ach, komm So wie sind jetzt gehen sie richtig hier, okay Okay Aber aus unserer Gruppe Ja, ja, ich hoffe, die zeichne mir hier gerade richtig jung an Hat so den Stop eingestellt, weil ich muss diese Runde rein Ja, ja, ja Für Reifen steht Reifen steht Ja Reifen drin und Volltanken, alles gut Sehr gut Sehr gut Bin mal gespannt jetzt, wie die Reifen aussehen Jetzt nach drei Stunden sind die Dünnenrück die Reifen Haha Aber guck mal, ich bin ja auch, äh, mit meinem ersten Doppelstint bin ich ja bei 24, 25 Grad gefahren War ja auch 74, äh, Prozent hatte der Schlimmste gehabt Also bei mir 64, äh, jetzt den Jig drauf hatten Ah, shit Ja, okay Ja, war ja auch beim Testrennen so, dass die extrem viel höher den Verschleiß hattet als ich Mhm Alles gut Ähm, ist irgendwas verstellt worden an, ich sag jetzt einfach mal Bremsbalance oder sowas? Ja, die Achtung, die hatte ich auf 52, 9 hochgemacht Äh, was war denn vorher? Boah 51 und kurz Boah Denkt rein rein zu fahren, Sigi Wolf Hier ist gerade Verkehr am Ende, warte, ich muss links hier, Box Ja Ja Okay, Michael, there's a faster car approaching Passt sogar eigentlich perfekt Look out for the pit speed limit Großer Lollipop, man, da Höchst Scheiße, vorne Die Kisse, Alter, total zerbums Puh Nö 45 noch, Jig Da könnten wir sonst den fahren Ja, dann ist aber zu knapp Nö, zu kritisch, ne Moin, Männers Moin Moin Puh Da waren auch noch ganz viele da Zu zweit, ja, Tim kam gerade, jetzt sind wir wieder drei Der ist gerade wiedergekommen Der ist schon ausgeschlafen Hahaha Der kann diesen Held Ausgeschlafen Also, ich kann schon noch pennen, aber mein Wecker hat geklingelt, was soll man sagen Ja So, jetzt kommt der nächste Stint Der nächste Streis Aber ich weiß Ja, gib Vollgas, Jig Gib Vollgas Ich bin noch in der Luft, warte ab Ja, Jig dreht sich, äh, schon dreht sich bei dir auch die Hinterräder eben grad Nö Ich gebe kein Gras, hab nur den ersten Gang dran, vielleicht deswegen Ne, hab jetzt eben die ganze Zeit die Hinterräder gedreht, aber jetzt wieder gut Okay So, weiter geht's, Freunde Ja, frische Schlappen, frischer Spreit Äh, QHP15 ist jetzt direkt an uns vorbei Ja, aber die Also die Corvette, die Ja, ja, ne Runde, oder zwei Runden vor uns, auf jeden Fall Äh, fehlt Klufti Ja Fehl Fünf für sechs kmh Ich sage, ihr habt euch ja wieder gefackt, sage ich Ja Ja, trotzdem, ich bin mit mir und zufrieden und Das reicht mir schon Ich bin schon wieder fertig mit mir Ich hab die erste Stunde auch gezittert, wie Schweine, also Ja, mich haben die hier zurecht gesturzt, kannst du ja mal Jig fragen, ich hatte so viel verkehrt Ich hab den einen gesehen, wo sie dich rausgeschoben hat, Alter Alter Ja, egal Ich fahr, ich fahr hier voll, voll defensiv beim Runden Ich zeig an mit Lichthupe und so Damit halt sowas nicht weiter passiert, weil wir haben ja schon Paar Inks jetzt, ne? Die Nacht überstehen Boah, also Die Brotten, der zählt uns Kann man doch mal durch die Verzug schopfen Und die kommen alle nicht durch Also von daher, ne? Stimmt wohl, ja Irgendwann werden alle an ihr rumst Irgendwann werden alle an ihr rumst Ah, mal gucken, wie weit wir nach vorkommen Ja Einmal durchhalten Ah, hier bei, bei hier, RaceLab-Apps Der Sprit-Kalkulator funktioniert nur, wenn du selber fährst, war, kann das nicht Sinn? Ja Ja, ja Ja, nein Ja, nein Na ja, ist ja hier, das ist schwierig, aber folgt mal, wie er hübsch macht, und wieder raus Nein Aber wie gesagt, die Kappe Hat schon was mitgemacht Ja, wie sieht's doch aus, als wenn, wenn, wenn das ganze Fahrerlager mal mit nem Hammer rumgemacht hat Ja, alles abgedengelt Hier, ihr Penner Bang, bang Ach, scheiße, die Wandern Wie sieht's bei euch aus, ihr habt euch ja auch wieder vorgekämpft ein bisschen, wa? Wir sind grad wieder auf Platz 7 Hm Pio macht das, da gibt's nicht, da kommt wieder rein Die retten uns dann quasi ins Helle Und Ja Schauen wir mal, wo wir alle rauskommen Ja, es sind dann soweit halbwegs erordnen Hm Außer ich bin, ich hab mir einfach ein paar erlaubt Setz mich ins Auto Ganz frisch Und das Ding geht aus Nee, nee, ich bin in der Box, ich bin rein ins Auto Und ohne Reifenwechsel und Auftakt Und das Ding geht aus Ich überlege so, und ja, und jetzt? Es hat 30 Sekunden gebraucht Bis ich Gas gegeben hab Ja Soll der beim Gas gehen wieder angehen oder was? Ja, ja, so kann man auch Zeit verlieren, ne? Ja Ja Boah, völlig Völlig geht doch runter Ach, Männer Ach, du bist auch schon drauf hier Ja, ich Und dann haben wir gedacht, dann schaut doch da mal vorbei, wie läuft's bei euch jetzt? Ja, Jig fährt kontinuierlich und fehlerfrei gerade Alle Chicky Also nicht so wie Scholle Nee, Scholle war zwar wie immer der schnellste im Feld, aber der wurde dann von allen eingebremst, indem sie ihn hinten drin gefahren sind und ihn von der Strecke geschoben haben Und wie viel links Hauptsächer? Oh, 60 jetzt Na, wie gesagt, ich wurde zurecht geschoben, ich wurde so richtig durchgenommen vom Feld Still there, please like it They're right Ja Ja Scholle fährt ja nochmal, von daher musst du Check Conditions zu zurückhalten Das ist bei mir sowieso eine Minusrechnung, das 24 Stunden Rennen in allen Wertungen Aber egal Jetzt ist das Wort zu sagen Genau Was war vorhin los? Ich war zu lange auf 1 klicken Herr Christoph hat kurz vor Stintende das Auto verloren in einer schnellen Schikane und ist eingeschlagen Und 12 Minuten Reparaturzeit und dann war irgendwann durchgebunden Ui, in der Arme Ja, gehört dazu Ja, Fernbedienung habe ich, danke Den Fehler mache ich nicht nochmal Klima ist da auch an, ja? Nee Wie machen wir da? Heizung ist an Griffheizung Griffheizung ist an Ich habe sogar nochmal die Lautstärketaste betätigt vor meinem Stint Damit der Fernseher nicht wieder rumnervt Boah Ach ja Ich habe schon bei dir auch mal gedacht Fühlt sich an, als hätte man schon 12 Stunden hinter sich getroffen, ne? Aber wenn du dann so auf die Uhr kommst Du musst das lange warten heute, ne? Sind ja auch seit 14 Uhr online, ne? Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ich habe auch so kurz zu dir Ja, warte mal, das Rennen geht ja bis 19 Uhr Ja, 19 Uhr 10 Ja Ah ne, ey Seit 14 Uhr Sitz war vor Vorm Bildschirm Okay, ich war zwischendurch mal anderthalb Stunden weg Mal eine frische Luft Und was essen Jawohl, jawohl, jawohl Ja Hertha hat 4-1 verloren Ich habe das erste Mal mit dem Leben gehofft, dass Hertha verliert, dass endlich der Dress rausgerufen wird Ja Aber jetzt der Labbadia ist was Naja, aber im Krieg schmeißen wir da mit raus Nee, dauert noch kurz Also Manny geht ins Bett Ciao Schlaf gut Bis später Also aktuell Ja, sind wir immer noch 2 jetzt zurück 3 Runden sogar Okay Auf den hinter... äh vor uns oder aus? P15 Ja Also ich merke die neuen Reifen jetzt doch, ne Grip ist doch noch... Ist klar, ne Bisschen besser ist der Grip schon, ne Aber sie waren noch fahrbar Ohne dass man sich schlecht gefühlt hat beim Fahren Ja, aber du hast einfach so eine bessere Kontrolle Auch so... Ähm... Ausgang infield Diese links Da ist dann auch immer nochmal kritisch Wenn du da ein bisschen zu früh aufs Gas gehst oder so Mh... Mh... Da ist der 45 gefahren Ja, wie gesagt, um mein Ding war ich ja vorhin auch relativ... Ich bin ja dann... Gingst sind immer dann schon wieder 41er gefahren Ja Aber ich glaub... Die Bumser Äh... rechts sieht einer Ah, jetzt stand... Man nimmt ja die gelbe Flagge hier nicht ernst, ne Die ist ja jede Runde Aber stand diesmal wirklich einer Wie vorhin statt Ziel die Linkskurve Ja Ging mal links steht einer Links steht einer Und ich... Links steht einer Und dann kurz vor... Vor dem Hindernis Kurze Lenkbewegung Links rechts und bin dann vorbei War sehr spät reagiert, ne Aber dann zum Glück doch noch rechtzeitig Ja Stand der da, wo der Porsche bei mir auch stand? Ja Ne, genau so Aber links an der Mauer stand da Achso, ja Der ist links stehen geblieben und nicht zurückgeholt, meinst du? Genau Der blieb stehen jetzt in dem Fall Aber Schulle blieb innen Ich sag, da steht einer Da steht einer Und dann letzten Moment Reißt da noch die Lenkung Erst als er selber gesehen hat Der hat mir nicht geglaubt Ne, ich hab überhaupt mich wahrgenommen Nicht? Ne, äh... Erst wurde dann ein bisschen lauter gesagt Da ist was 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 was Da ist was 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 waren die anderen denn so vor Zeiten? Sieht das jemand grad? Was waren die anderen denn so vor Zeiten? Sieht das jemand grad? Ja, ähm... Die Spitze... Oh, der erste ist grad nur eine 45 gefahren Der zweite eine 41,8 Der dritte eine 44,4 Also wir sind voll im Sollen mit unseren Rundenzeiten Mit einer 43,3 war Jig Auf jeden Fall schneller als P1 und 3 Na, ich hatte jetzt wieder Verkehr gehabt, deswegen Aha Die Verkehr fährt er immer nie so schnell Zur Kenntnis genommen Zur Kenntnis genommen Keine Bilder bitte doch was ich meine ich meine guten abend jungs macht das sein was bist du denn noch wollen jetzt ist jetzt seine zeit der ist bestimmt wieder agendisch ist schon top 10 vorgaben und so kein problem wir haben einfach weiter die schulde nicht mit fremdessen hallo ja danke durch machen wir machen wir er hält sich einfach durch geht es auch ins bett die woche 24 7 schlafen schlafen ich gehe schlafen das ganze stunde wieder wach bin daher sehr viel spaß und jetzt läuft es aber wieder stabil oder ja ja das läuft alles stabil alles gut sehr gut super wir spielen die runde das ist schade weil du halt weißt okay von der pace her zu vorne mit dabei ich habe eben p8 zurück überrundet na und schule war ja auch immer der schnellste im feld nicht gecrasht wurde da die drei habe ich gejagt alter macht was auch p3 über 2 überholt oder alle also von der pace her wären wir vorne aber ist halt so hätte wenn und aber genau muss man sich somit arrangieren jetzt kann jedem passieren die karre mal wegzustellen muss ich jetzt kein vorwurf machen oder was ist gut auf keinen fall passiert er denkt sich halt vielleicht so scheiße erstes hier zu erstes 24 hat ja direkt so ein fehler also so ist jetzt einfach nur ein weg als so aber ist ja alles gut wir machen ja hier kein druck wir machen irgendwie auch kein druck von daher zweite geht in die box zum weiterfahren sektor 3 ist 0.8 off the base es die grünen sind immer ganz gefährlich die zwei ich mag jetzt sagen die giftgrün ja ja auch bis jetzt ich hatte jetzt noch keinen stress mit denen aber bei ein paar mal ich halt lichtruppe um anzuzeigen fahr vorbei oder so das hat eigentlich ganz gut geklappt das ja das ist bei mir gerecht hat dieser 1x oder sowas der war der schlimmste da hinten auf das weinrote wir sind für alle grünen bringt ja erst mal ja aber da heute doch es ändert sich jetzt wieder sobald den fahrer dann das sein was ändert sich das jetzt wieder sobald fährt kann sein weil was hat er dir gesagt 25 prozent von dem der die meisten runden gefahren das noch jetzt sind wir alle aktuell menschen aktuelles mindest soll sind aktuell bei uns im schnitt die 40 runden und die haben wir alle recht ja du hast die 40 runde gefahren und okay dann stelle ich jetzt ab gut nach zum beispiel bin 64 schill ist 63 und hier fahren mark ist 62 runde fahren und christopher nach vorhin vor seinem rich 56 runden okay aber auch die 40 ausgerechnet die gefahren ist genau wenn das sein sollte aber verschieben kann sich denn auch noch mal wenn jetzt tim nur durchfahren würde naja wir sind macht er doch oder und vor die türen ja ich bin mit das fällt aber von hinten aufräumen ja ich guck mal ich bin da auch wieder fahren da ist dennis 115 runden gefahren insgesamt schon da müssen muss der rest des teams mindestens 49 50 runden gefahren sein um safe zu sein aktuell aber passt ja eigentlich guck mal du fährst jetzt zwei stints wie viele runden fährst du in zwei stints 60 gerade er hat gesagt 64 bis 64 runden das heißt ich dürfte rein theoretisch wenn ich die meisten runden fahren würde vier mal so viel fahren das heißt ich wäre betzen 140 runden kommst du hin ja ich bin auch wo ich mir dann so denke okay bin ich so bin ich so wach dass es jetzt klappt oder denke ich mir einfach ach komm scheiß drauf wir löschen wir haben einen Platz gut gemacht in der zeit zwei stunden geschlafen in drei stunden in drei stunden haben wir einen Platz gut gemacht abgerechnet wird am Ende ja das ist wohl wahr so dann kann ich jetzt schlafen gehen wenn Marv und Tim da sind ja ja da war ich nämlich jetzt den Fisch 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 danke für was ich wünsche euch für alles Beste ja macht's gut gerne okay bleibt auf der Straße und lasst euch nicht einpupsen würde ich sagen hahaha nö 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 niemals nö niemals hör mal studie an morgen oder heute 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 ist hier schon nach 12 wird bald hell alles drauf bis dann tschau tschau Ich denke mal so ab Nachmittag bin ich wieder da. Also jetzt fahren erstmal nach Tim und Maeve weiter und ich komme dann halt, ja, keine Ahnung. Wie lange fahrt ihr ungefähr? Sind sie erst bei vier Stunden, wenn sie übernehmen. Vier Stunden, ja. Also um halb neun sind sie durch. Um 8.30 Uhr ungefähr. Da schlafe ich noch. Da schlafe ich noch. Tut mir leid. Ja, ich weiß ja nicht, fahrt ihr jetzt jeder nur doppelt Stint und macht dann Schluss oder fährt jemand ein Doppelstint, dann der andere und dann der andere wieder was, keine Ahnung. Dann müssen wir irgendwie die Zeit überbrücken, ne? Ja, man kann Christoph, weil Christoph kann ja auch erst mittags oder so. Wir sind ja jetzt sehr dünn aufgestellt, ne? Weil dann würde ich nämlich am frühen Vormittag wieder dazukommen. Kein Problem damit, das war mal. Ich kann, ich kann doppelt Stint fahren, dann fährt MEV, dann fahr ich wieder, dann fährt wieder MEV und wenn du dann dazukommst, passt das ja alles. Weil dann wäre ich wieder da, dann könnt ihr euch was ausruhen, weil der Christoph müsste ja dann eigentlich auch kommen, ne? Ich kann auch von mir und alleine fahren, also mir ist da durst. Guck mal, wir haben ja jetzt vier... Wir sind ja dann sozusagen vier Stunden, dann ist ja erst mal Zeit. Sag mir nachher mal eine Probezeit. Aber guck mal, wenn du jetzt acht Stunden rechnest, ungefähr... Wie acht? Haben wir kurz vor zwölf... Ja, wenn... Ja, ich bin vorher da. Ich fahr doppelt Stint? Eine Stunde 50 dauert der, ne? Ja, genau. Ich hab jetzt einfach mit zwei Stunden gerechnet, dann haben wir nämlich dein Stint auch noch, den Rest von deinem Stint noch drin, weißt du? Achso. Ja, richtig, ab dein Stint... Sag ich jetzt mal, ich fahr zwei Stunden, ab jetzt zwei Stunden, MEV hat dann zwei Stunden, dann fahr ich nochmal zwei Stunden, dann fahr ich nochmal zwei Stunden, dann fahr... Würde MEV vielleicht nochmal zwei Stunden fahren, das heißt, wir hätten acht Stunden, dann hätten wir kurz vor zwölf. Ja, gut, da bin ich ja eh schon längst da. Deswegen... Falls einer von euch da einknickt, kann ich auch vorher übernehmen, falls einer müde wird oder so. Wir machen das schon. Ja, ich sag ja noch, nachmittag komme ich dann aber zu und dann läuft es wieder. Also ich bin vormittag da, auf jeden Fall. Christopfer fährt auch noch. Ich bin vormittag da, genau, Christopfer kommt Mittag und Schule kommt Nachmittag. Ja. Und dann könnt ihr nochmal am frühen Abend oder so machen. Ja, guck mal, wir bringen Runden einfach. Dass wir da safe sind, wer da welche noch braucht, wirst du? Ja, okay, Michael. Und dann, ansonsten, machen wir das einfach spontan in den letzten Jahren quasi. Ja, aber so passt das ja. Genau. Wenn die Jungs sich das so zutrauen und wie gesagt, dann, Jake komm vor, also ich komm vor Mittag, Christopfer Mittag, Schule Nachmittag. Wenn ich mit Nachmittag wiederkomme, sind wir wieder in Top 5, ja? Dann kann man immer so ein bisschen durch wechseln, das ist gut. Und nachdem du wieder gefahren bist, du wie der Top 5 sind oder was? Hallo. Hallo. Wir müssen ja erstmal die Durchfahrtsstrafe machen, wegen schon des Inks. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Alter, der wurde nur weggebumst die ganze Zeit. Frachtschick, keiner hat nix dafür, ich wurde nur weggebumst. So, zum Bumsen gehören nur mal zwei Leute. Okay, und die Schikane hat dir nicht so gefallen, ne? Die Bastion. Ja, weil meistens irgendwie nach vor mir wäre und ist da so seltsam, Rainier fahren, dass ich ständig knuseln musste und abkürzen musste. Ja. Also total seltsam, da sind so manche so richtig seltsam Rainier fahren, wo du sagst, äh? Ja, aber ist doch real, was passiert ist, ist passiert und dann ist es so. Ist gut, wenn was ist, dann schreibt bei mir. Bis später, Schulle, ne? Ja, nuns. Schaut gut. Schaut gut, ciao, bis später. Bis später. So, 21 Runden hab ich noch. Könnt euch noch mal 21 Runden hinlegen. Eine halbe Stunde dürft ihr noch schlafen. Ne. Alles gut. Noch bin ich bei 0 Inks, glaube ich. Aber da war schon stellenweise Action auf der Strecke heute Nacht, ey, boah. Also bei mir geht's jetzt, aber beim Schulle war richtig Kawa, ey. Wird sie nicht so richtig stehen. So viele Überrundungsfelder, so enger auch. Dieser Crazy, äh, so ist Team Crazy Yellow, dieser Carsten Ditschmann, der fährt immer noch alleine. Pass, das ist doch krank, ey. Yellow Flag, watch out. Trät er jetzt seit den ganzen, seit acht, äh, seit acht und halb Stunden allein, oder was? Ja. Okay. Na gut, dann geht er wahrscheinlich in den Dobsenstop mal kurz pinkeln oder so. Oder trinkt einfach nichts. Also, ich stelle mir vor, der fährt so zwölf Stunden am Stück und dann fährt der andere zwei Stunden am Stück. Haha. Finkt. Krank. Alright, Michael. Es ist fast ein Klass-Car approaching. Blue Flag. Aber ich finde, es geht noch trotz der Uhrzeit. Ich war eben so hundemüde und jetzt, wo man selber fährt, würden wir noch ein bisschen fitter. Weil man hat die ganze Zeit nur zugeschaut, dann wirst du halt müde, ist ja klar. Ja. Und wenn man jetzt selber ein bisschen was machen muss, geht's. Wie viele haben wir denn? Vier? War du vor vier? Ich hab keine Uhr. Äh, kurz vor vier. Kurz vor vier. Ja. Mach das vor jetzt. Ja. Boah, ich hab grad voll das fette Leck hier, ey. Ich hab grad hier ein Standbild gehabt ganz kurz. Was war das denn für ein Scheiß? Noch eine halbe Sekunde oder dritte Sekunde? Eine drittel Sekunde, ey. Ja, keine Ahnung, geschätzt. Hahaha. Bei uns hat's einfach geschneit heute Nacht. Weißt? Schneit sagen wir heute Nacht. Ja. Ja, aber. Mir ist zu warm. Kranker Shit. Ja, wir hatten letztens auch mal Schnee liegen. Sehr selten hier. Ein paar Reihen langs. Also, bei uns liegt eigentlich relativ viel Schnee sogar. Oder, wenn irgendwo Schnee liegt, liegt bei uns eigentlich auch immer Schnee. Sagen wir's einfach mal so. Ja. Aber es hat jetzt nicht viel geschneit. Es ist einfach so ein leichter Schneefilm auf der Straße. Auf der Straße. Wenn ein Auto drüber fährt, sieht man halt schon, wie er kein Schnee mehr hat. Mhm. Und der Boden auch nicht durchgefroren ist. Ja. Wahrscheinlich, ne? Ach, ich hab P6 von der GTE-Klasse hinter mir. Ich wollt grad sagen, wieso kommt der denn nicht näher hier? Ich hab die ganze Zeit Blue Flag. Das ist ja gar kein LMP. Nee, nee. P6, 7, 8 sind hinter dir. Ah, okay. Stimmt, ja. Versuch mal, die mal abzuhängen. Das ist ja gar nicht. Und jetzt gibt's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verlagert wieder kein Taubstück, ja? Hallo? Ja? Ne, hinter dir, die waren uns nicht einig gewesen. Ach so. Da ist jetzt noch ein LMP-2 dabei, aber... Das ist halt schon krass, also siehst du, okay, wir sind schneller als P6, holen ein bisschen auf P5 auf und das mit einem kaputten Auto. Ja, ja, ja. Und das ich, ihr fahrt ja noch mal schneller als ich mit dem kaputten Auto. Left side, on your line, on your line, on your line, clear left, left side, clear left, blue flag, on your left, clear left. So unnötig von dem. Ja. Bleib einfach jetzt in, weil zwei LMP-2 sind hinter dir. Still there, on your right, on your right, on your right, on your right, on your line. Habe ich noch Sprit? Durch. Ah, na? Ah, ja, ja. Aber jetzt macht er auf. All right. Hold your line. Zieren durch. Haben uns noch gelassen. We're running on fumes, mate. We're coming to the pits at the end of this lap. The box, this... Unverbremst. 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 Check, letzte Runde, konzentrier dich. Oh, I don't want to go. And here, it felt like a, I said right. Ah, go back. Speaking of the genau ich war der letzte dieser runde die box fast ja ob sie so ist eigentlich keine reifen und sprich war es ja richtig top speed probleme haben jetzt lasse ich ihn macht keinen sinn jetzt so aus der exakt er eben gesehen das ist zu gefährlich das ist viel zu gefährlich man bringt keinen weiter die parameter jetzt hier so oder einmal links abbiegen genau wir haben getestet alles gut diesen durch die reifen in 55 minuten alt ich war jetzt ein doppel sind frischen reifen und wenn du dann fährst ich hab dann genau wir sind jetzt immer 13 gefahren die reifen also ich bin schuldes reifen weitergefahren und das ging noch ganz gut die reifen jetzt die prozent ach so ja klar war ja nur ein stand ja ja klar trinke ich noch ein rest von meinem bier leer und dann gehe ich mal langsam pennen macht es so ihr fahrt jetzt quasi jeder zwei quatsch splitter jeder vier sohn also wir können im wechsel immer noch jeder fährt vierstens insgesamt im wechsel ja ich gleich mal die zeit ausrechnen hat man eben schon mal gesagt noch nicht da sein soll ja so zwölf ungefähr kann ich kann es auch jetzt so ungefähr acht stunden weniger erst 150 nach sieben sieben stunden ja also so grob sieben halb sieben stunden ungefähr 11 da bist passt das ja okay easy das ist kein problem für den vormittag wieder fit und christopher kommt dann mittags schule nachmittags wieder gesagt hatten kann man sich da immer noch ein bisschen abwechseln wir dürfen sie nicht mehr fahren ich weiß ich nicht vielleicht gegen den ende noch mal die haben sechs stunden und schon mit ja aber dann zum beispiel christopher müsste dann doppelt sind fahren und darf ja 25 prozent das heißt ja genau das geht schon naja aber die anderen beiden wissen wir auch noch nicht was wir sind also das passt so dass wir dann fertig sind so genau man christopher macht einen doppelstint schule macht einen doppelstint ich fahr ja auch noch das ist auch noch ein doppelstint vielleicht dann einer von uns noch mal ein stint oder sowas keine ahnung am ende halt ne ach keine ahnung muss man spontan gucken ja wir gucken einfach ganz ehrlich ganz spannend kann man eh nicht alles planen nach genau einfach mal gucken wie es kann man das plan ja aber weiß ja nicht wann die anderen wirklich kommen und so in der schule jetzt dann doch erst um 18 uhr oder 17 uhr kommt dann fährt das ding halt zu ende oder so weißt du so meine ich danke pluto schluss schauen wir einfach mal pluto die nachteule Btr 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 Ja, alles klar. Engelchen war bis 0.30 Uhr online. Haben ja ein paar Stunden heute schon. So, euch dann viel Erfolg. Ich trinke hier noch mein halbes Bierchen aus. Guck euch noch kurz hin. Kann ich meine Engs sehen? Bei Results oder was? Naja, Entries. Entries. Glaub ich einen jetzt hatte oder nicht? Glaub da war noch, oder? Einen. Einen hab ich, okay. Ja. Das war wahrscheinlich gerade eben. Na, du hast. Leid, die Autor ist pittig. Right side, still there, blue flag, clear right, car behinds a faster class, blue flag, on your right, play right, what does he do, such a full idiot, he just drives me up behind the car, kissy, especially so unnötig, on your right, play right, there's an incident in, turn 5, yellow flag, watch out, blue flag, car right, clear right, the gap in front is now 17 seconds, OK, Michael, there's a faster car approaching, . 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 morgen wird auf jeden fall noch mal herausforderung bei der hitze dann und zwar 19 grad strecker morgen wahrscheinlich dann 30 ich denke so 28 wird höchstleistung sein wenn wir einfach sehen könnt ihr euch ja damit rumschlagen wir sind ja mit uns übrigens fertig dann müff und ich bis aber auto fährt sich nicht schlecht hat halt nur kein top speed genau vom handling ist alles gut endlich schon vorher wird jetzt noch schiefs lenkrat oder sonst kannst du abstellen das macht er dann auch keinen spaß ja 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 So, ich hab nochmal ausgerechnet, also ich fahrt sieben Stunden Ist bei euch hier auch so viel Rauch gerade gewesen? Äh, ich hab gerade Flüsschen geschaut, genau Hier links gehört die ganze Zeit Ah, doch, jetzt sehe ich es auch So, halt ihr seid um Viertel vor zwölf durch Wenn es planmäßig läuft, hat es gerade nochmal nachgerechnet Wenn du dann so viertel nach elf oder halb zwölf da bist Ich werde so elf Viertel nach elf bin ich da Gleichzeitig Ah, er hat sich ein Vorschuss verlegt Ah, leider keiner der vor uns war Ne, P45 Das Laptime war 142, 1, 2, 0 Car behind is a faster class Nice Wie die hier fahren, die LMP2 Hier musst du richtig defensiv fahren als GTE Jetzt hast du echt Probleme, aber wie es beim Schulle halt war Die haben den da einfach dann weggeschoben Vor allem die überholen Guck mal, der will mich jetzt hier links überholen Ja, weil die Ist einfach komplett unnötig Der hat 0,8 K Die fahren hier die schnellen Autos und haben noch nicht so viel Erfahrung mit dem Mit dem Spiel Okay, Michael Last of the car approaching Is their class leader On your right Clear right So, am Ende, ich gehe jetzt pennen 15 Stunden online reicht Erstmal Bis morgen Vormittag Bin dann so viertel nach elf da Spätestens Macht's gut Viel Erfolg Viel Spaß Ciao 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 The gap in front is increasing Now, 19 seconds Car right Hold your line Blue flag Clear right Clear right Field Ying $32 LEP Yout Alright Also Cheers Wheels Blue flag. Carbite. Clear right. Ah, noch nichts. Die Olympias. Aber die schafft es nicht. Unfall, ich komme eins. Der Weg. Für einen Felsen-Dank Mit links Hier links Oh, das ist ein Vollidiot So ein Vollidiot Ich kann einfach kein Auto fahren und dann so ein Scheiße Gut, weil er geht Das ist ein Vollidiot Segar Exit in den Pits You've just done a 143.73 Blue flag i did not even전�ed It was great Sorry, i've been from here I've got some kong I'm sorry Unser direkter Konkurrent vor uns, also P15, ist gerade so die Schikane Gleiche Runde wie wir? Gleiche Runde, ja Sven Pohl ist das Okay, Michael, gaining on this car, the gap is 18 seconds Der war vorher die ganze Zeit hinter Jack gewesen Aber... War noch nicht an der Box Deswegen Ne, war noch nicht, muss jetzt irgendwann räumen Es wird so viel zu tun Wir haben uns in der letzten Zeit Dieser Kassel geht noch zu euren, mit soem Dottel-Dominium genannten Dieser Kassel geht noch zu euren, mit soem Dottel-Dominium genannten Was? Gucken wir wie weit das ist. Abstimmt. Ungefähr 15 Sekunden. Ungefähr 15 Sekunden. Das ist ein Fahrrad im Hintergrund. Ja, die sind reingegangen in die Box Kein Empfang So, weiter nach vorne werden wir auch nicht kommen, da sind zwei Runden vorspielen A-P ist drin Geht außen Vorbei, ganz hoch Blech, aus der逢nen Blech, also amellow Blech, blech Blech, blech Blech, blech Blech, blech Blech, ole Was ist das? Was ist das? Was ist das? Link ist das? Links? Tschüss Ja, der Flagg, Caution. Nö? Nö, fuck Links, vor Ort, der krank Kommt die nächste und kommt wieder benutzt du den Spotter von I-Racing? äh ne ach so ja doch von I-Racing nur aber kein Crew Chief der Crew Chief redet den ganzen Tag glaub ich aus dem Spotting raus mein Crew Chief hat mir jetzt gesagt Incident in Turn 2 das war bei Turn 1 aber der der vorher P-15 war muss an die Box gegangen sein weil wir hier sind ja P-15 oder? ja der Sven ist an der Box gegangen und der P-14 hat zwei Runden Vorsprung also da muss schon was bis hin ist mit dem nur eine Car right clear right okay P-14 das sind eine Runde Blue Flag was fährt P-14 für Zeiten weiter glücklich äh war jetzt grad an der Box äh play right play right aber die haben sahange auf jeden Fall die sind nicht so äh 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 mit dem ganzen Auto hättest du so locker 40er Zeiten fahren können äh äh das äh 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 es war halt unmütig da ja in der Bassstäbchen die dann entsorgt äh 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 Jetzt nicht den Glätsgang fährst, sondern die nach dem Ausgang zu viel gecuttet Hat die Lenkung aufgemacht und hab dadurch das Erden weg verloren Und ich dann rät in die Mauer Weil er wollte den Ink nicht haben Und das war das, worum er abgesehen ist Unerfahren halt ist das Scheiße Einfach den Ink oder die Zeitstrafe maximal mitnehmen Scheiß drauf Die hatten einen 45 Sekunden Vorsprung Mit 4 oder 5 Runden nachfahren, dann werde ich gefahren Irgendwo? Okay Ich hab erst voll den Hals gehabt Vor allem, wenn du dann, du bist schon so fast fertig, weißt du, du sitzt schon so ein Rake hast und denkst dir, okay, ich fahr jetzt ganz entspannt hier weiter Ja Und auf einmal macht mir so ein Fehler und du musst 20 Minuten Reparaturzeit warten Das ist ja nur, wenn uns das schwimmelt wird, das ist das Schwimmelt Das ist das Schwimmelt Right side Ah Clear right Blue flag Das ist das Schwimmelt Das war heute eine Ansehen, was wir gerade War vielleicht, für Christopher haben wir das schon zu früh Aber für Christopher war es schon früh, das war das schon zu früh Ich muss erst noch ein Taugen sagen Ist halt jetzt so passiert, kann man nicht ändern, ärgerlich. Spannende Klassikar approaching. Ja auch krass ey, Schwille 34 Mix Ich dachte, ich hätte 4 mit 16 Ich hätte gesagt, Schwille mit 34 Mix ist ganz schön heftig Ich glaube, ich habe 9 oder 10 Ich habe 2K-Kontext und ich glaube 2x Off-Track oder so Car left Hold your line Clear left Ok Michael, Cup-Chance is pretty consistent 10 hast du Ja, 2x Car-Contact Und 2x Off-Track, Bus-Top Ich habe 16, aber ich habe auch volle Brüder gepusht Wenn du gesehen hättest, dass ich nicht gefightet habe, aber er hat sich dreimal weggedreht ey Der war in dem Moment alles egal, ich habe überall reingestochen Aber ist eigentlich stumm Nö Wenn man weiß irgendwas machen muss, nicht Ich habe nie zu viel über das Team, das ist so nicht Ich habe nicht versucht, dass ich noch ein bisschen verhalten habe. Oh, P14 Oh, P14 Oh, P1 Some people made the access to O really bad ¿Woo? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Optional Repair lassen wir auch dann wieder nur mit, wenn Reifenwechsel ist, bisschen abbauen und dann einfach losfahren, wenn wir losfahren können All right, clear right All right, Michael, it's fast a class car approaching No, über die Linie, da kommst du noch frei No, okay Right side, clear right Okay, 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 okay Sekunden pro Runde aber auch wenn du dann so 42er Zeiten tief bis Mitte fahren kannst das ist perfekt es ist ein fester-klaß-klaß-klaß-klaß-klaß-klaß Tengel Achtung Achtung B11 Achtung B11 B11 142.00 Not Olympic and Cypax aber ist vielleicht unten müsste auch der Führende sein oder ne doch nicht ganz der Teamkollege glaube ich ich glaube der Führende ist auch nämlich komplett rotes Auto deswegen hab ich gedacht es wäre der Führende na gibt's ja nur noch wo die groß sind waff soll ich die Runde schon rein? weil guck mal den Verkehr hier vor mir an entscheide selber entscheide selber bereit bin ich ich glaube ich fahre noch ne Runde also ich fahre Tank leer fahr ja aber es gibt jetzt keinen krassen Infight ich hab keinen LMP hinter mir weißt du so da nehm ich die Runde noch ganz entspannt mit vielleicht 그렇죠 dass da ein ich hier ja das die alle Flagge, Kurschen ähh, morgen Koldau ja nach dem Unfall am späten Abend sind wir jetzt auf die Tüten zwölf na, mit neunrotem Globierstand auf den Führerblenden unserer Klasse und, ja wir versuchen das Bist jetzt rauszuholen Box ist weg ja look out for the pit speed limit engage the limit set Zaubert hin ja 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 viel Erfolg Mev ein LMP2 kommt vorbei ist P1 aber ist vorbei und danach kannst du fahren rechts von dir ich nehme schon mal Reifen raus bevor es vergessen wird die 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 Munoz, behind is now, 9.9 seconds There's an incident in, must stop Yellow flag, caution I got blue here I got blue here Mastercar is approaching, blue flag B13 There are now 3 LMP-2 behind you Now go inside Munoz Fert mich West side There's an incident in, turn 1 Munoz 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 W banner Munoz 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 Polo eros Munoz gegenseitig nach schikane vorbei da hinter dir fährt man 42 42 9 letzte runde für dich zur info vor die gucke ich gleich mal vor dir ist eine 43 5 gefahren du hast jetzt 54 5 aber hat den ausritt also kannst du ganz mal weiterfahren alles in ordnung und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 P5 ist ein bisschen langsam auf der geraden, bleib hinten dran, aber Klopf kurz Was soll ich denn da machen? Ich wäre vorher vom Gas gegangen und hätte mich nicht links daneben gesetzt Ich hätte eher gedreht Ich fahre jetzt einfach ganz normal weiter, nichts passiert Ich habe ungefähr 20 Meter eher gedreht Top Speed sollte eigentlich auch gepasst haben Scheiß drauf, alles gut P11 ist gerade aufs Oval aufgefahren P11 ist gerade aufs Oval aufgefahren Dann ist der LMP 2,5 und dann 3,5 hinter dir Erste sollte locker an dir vorbeikommen Kein Off-Track mehr, nach 77 sind wir jetzt P11 ist an der Box P11 P11 ist jetzt gerade zweite Kurve gewesen Wir sind fast eine Runde hin vor dir Aber können wir auch rollen, fährt 44,9 letzte Runde P11 ist gerade aufs Oval aufs Oval aufs Oval aufs Oval Wenn du überstartier kommst, entweder 11 oder 12 Runden noch P11 ist gerade aufs Oval aufs Oval aufs Oval aufs Oval aufs Oval aufs Oval keu-1 Battle Amp was at 142.100, Blue Flag On your left, clear left, left side, clear left Left side OG Line, clear left, car left, clear left On your left, clear left Geh 12 eine Runde zurück Achtung hinter dir, pass auf, oh mein Gott 12 Kurt gerade so abgeschossen von P5, pass auf Der hat den so mitgenommen, die 12 ist so am Arsch Ja, der ist komplett weg Hast du gesehen, was LMK gemacht hat? Ja, bei dir innen reingestochen Also P12 musst du dir keine Sorgen machen, der ist komplett am Arsch Aber hast du es hinter dir mitbekommen? Bei dir war es ja nur knapp gewesen zum Glück Ich hab's hinten gesehen, wie's geflogen ist Der ist sowas Der wurde so angeschubst beim Anbremsen Dass der links in die Mauer ist Und dann nochmal hinter die Mauer, äh Hinter der Mauer kam er zum Stehen 41,9 letzte Runde 41,9 letzte Runde The Class Leader from a faster class is behind That was a 143.56 blue flag Sector 1 is 1.6 seconds off the base LAP2 hinter dir, versuch wieder innenlinie jetzt aufzumachen Ja, ist rechts Ja, ist rechts Ist vorbei So, nächster LMP kommt in zwei Sekunden, sollte er erst im Oval bei dir sein Dann bisschen Ruhe Dann bisschen Ruhe So Blue flag Ähm, P10 ist eine 44.1 gefahren Das Auto ist aber auch vorne komplett am Arsch bei P10 Ich guck mal Topspeed Ja Der ist Topspeed bei 2,90 Mit dem Ferrari Ja, genau so schnell wie wir Ja Aber vorne sein Auto ist komplett Beide Seiten sind eingedellt So So Und über Startziel kommst noch 10 Runden Ja So Eine LMP 6,5, der andere 7,0 hinter dir Eine LMP 6,5, der andere 7,0 hinter dir Sollten aber beide erst ähm Auffahrt oval nach infield vorbei sein Frühestens 4,11 43,5 Bisschen konzentrieren wieder, 42er Dann holen wir viele auf 4,5 15,5 4,5 5,5 4,5 Hier ist ein Quartier Die 4,5 5,5 4,5 5,5 5,5 5,6 6,5 5,6 6,6 so 1,7 holt dich nicht vor der schikane eigentlich sollte zumindest nicht hast jetzt drei lm pz hinter dir einer ist vorbei der andere kommt gleich noch vorbei und der andere drei sekunden der kommt nicht vorbei eine sekunde hinter dir hh bleib dahinter mach innen zu sehr gut ja, du bist vorbei sehr gut und so